Ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Mundown. Das ist ein Schweizer, ja ein Horrorspiel, was auf schweizerischen Sagen, Legenden basiert so irgendwie. Und das Besondere an dem Spiel ist, es ist komplett von dem Entwickler handgezeichnet. Das heißt, er hat jede Textur mit der Hand gezeichnet. Es gibt diesen absolut irren, einmaligen Style, den wir jetzt schon hier sehen. Und ich bin sehr gespannt. Es ist, glaube ich, ziemlich gut bewertet auf Steam. Und ich will richtig weiter auf die Folter spannen. Wir machen ein neues Spiel. Und es ist zum Glück auf Deutsch. Zumindest die Texte, vielleicht sogar das Gesprochene. Mal sehen, wenn es was Gesprochenes gibt. Wir sitzen im Bus und fahren irgendwo hin und können was lesen. Mal sehen. Oh, überspringen. Enter. Ehe. Lieber Kurdin. Es ist in Schweizerdeutsch. Viele Jahre sind vergangen, seit du hier oben warst. Okay, ich muss ja nicht vorlesen. Ihr könnt ja selber lesen. Ich bin so schlecht, dass ich eine neue Neuze für dich habe. Ich habe die Texte, die Florin, auf die Barsche geöffnet. Ich will, dass du diese Linie, die du siehst, dass du siehst. Und es ist gut, dass du siehst, dass du siehst und siehst, siehst du siehst. Und wenn du siehst, die Florin hatte, hat sie gut gemacht. Und sie war los, siehst du siehst. Herr Blavon Jeremias, wie schnell geht der Mundeun. Mundeun. Spricht man das aus? Okay. E ins Tagebuch. Wir haben es ins Tagebuch gelegt. Okay, Journal. Dort können wir alles nochmal nachlesen. Scheinbar. Können wir es auch nochmal lesen? Wahrscheinlich nicht. Also gut aufpassen. Das ist etwas seltsam an diesem Brief. Du musst mit eigenen Augen sehen, was da geschehen ist. Auf der ersten Seite seines Journals kannst du jederzeit deine aktuellen Aufgaben nachschlagen. Abgebrannte Scheune untersuchen. Oh, okay. Also wir sind so ein bisschen Detektivspiel. Unser Großvater ist also gestorben. Beim Scheunenbrand. Ziemlich interessant. Der Grafikstil macht es dann doch ziemlich... Erster Tag. Nochmal ziemlich creepy, finde ich. Das habe ich jetzt leider übersprungen. Tut mir leid. Da war ich zu schnell auf der Taste. Ich weiß jetzt nicht, was da stand. Der Nebel trennt uns von der übrigen Welt. Hier oben auf den Alpen scheinbar. Na mal sehen. Post. Das ist schon komisch, dass man das so ausspricht. Okay. Dass man nicht au sagt. Aber ja gut, das gibt es in anderen Sprachen auch. Da ist au dann wieder was ganz anderes. Da ist das dann... Ich kenne es aus dem Isländischen. Er heißt eher... Oder... Aber auch nicht immer. Okay. Gucken wir uns mal die Scheune an. Die abgebrannt ist. Hallo, Ziege. Was? Geh weg. Ich will dich nicht. Groß war das Scheune. Völlig ausgebrannt. Ich weiß nicht. Ich muss es manchmal noch vorlesen. Ich glaube, dass... Ich weiß nicht, was besser ist. Noch mal vorlesen oder... Könnt ihr selber lesen? Ich weiß es nicht. Ich mach's für mich. Ha! Hier haben wir doch den Zündherd. Eine Ke... Oh. Oh. Was sind das für riesige Kühe hier drin? Sind das Kühe? Was zum Teufel? Wir sollen die Scheune untersuchen. Mal sehen. Was wir hier noch finden können. Okay. Hier können wir auf die oberste Ebene. ein Tisch. Hat ja auch hier gelebt. Hm. Können wir da sonst noch was machen? Die Ziege streicheln? Oh, hier. Ruhe in Frieden? Ruhe in Frieden? Ruhe in Frieden. Die schwarzen Zwillingsgipfel. Auf denen liegt nie Schnee. Okay. Scheinbar zoomt hier die Kamera immer rein, wenn wir uns was angucken sollen. Mal sehen. Huh! Huh! Wir sind gerade in das Bild gegangen. Irgendjemand malt das Bild. Müssen wir Opa retten? Da ist er! Wir sind aber hier. Wir sind jetzt sehr gut. Wir sind jetzt da. Wir sind bei einer Pachtenden des Spelen. Wir sind hier. Wir sind da. Hier ist der Hübe. Du will ja miedet hier nun. Sei lieber, Mai. Was, was du willst. Ma kuprui ma dir egal in Katschosa, welche du am Dinges an die meint. Un'hom will amit-eint, kus hier spürt dat meem. Okay, das Spiel ist ziemlich abgefahren. War das vielleicht der Teufel? Hat er vielleicht einen Pakt mit dem Großvater? Deswegen auch diese Tarot-Karte. Ziemlich anstrengend, nach jedem Satz immer E zu drücken, damit es weitergeht. Okay. Bist du das Großvater? Sitzt einfach da und wartet auf das Feuer. Was hat er denn? Er hat eine Pfeife in der Hand. Tabak für die Pfeife finden. Optional. Okay. Oh, okay, wir sind hier im Hinterraum. Hier ist eine Kurbel. Hä, okay. Ein weiteres Bild. Das wurde im Ofen vor dem Feuer bewahrt. Das ist nur der eine. Können wir es uns im Journal angucken. Oh, da ist was hinter. Oh, da ist was hinter. Okay, ich muss Großvater irgendwie rauskriegen. Was ist das für eine Skizze? Eins. Zwei. Irgendwas, was in der Reihenfolge... ... 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 Okay. Scheinbar können wir jetzt diese Hütte hier manipulieren. Wie kriegen wir ihn denn dann da raus? Wen hat er dann begraben, wenn er immer noch hier ist? Das ist eine gute Frage. Schein untersuchen haben wir abgeschlossen. Großvaters Grab besuchen. Da müssen wir wahrscheinlich zum Friedhof. Okay. Okay. Und Tabak finden. Ganz wichtig. Vielleicht können wir oben jetzt weiter. Wenn wir jetzt diese tolle Fähigkeit haben, hier... ...verbogene, äh... ...verbranntes Holz irgendwie zurückzubiegen. Vielleicht... ...haben wir denn oben noch eine Möglichkeit. Na ja, sieht nicht so aus. Okay. Dann sehen wir mal, wo wir zum Friedhof kommen. Das Spiel ist auf so vielen Ebenen irgendwie... ...verwirrend und verstörend. Ich kann's gar nicht... ...ich kann's gar nicht in Worte fassen. Aber irgendwie ziemlich cool. So noch nicht erlebt, glaube ich. Oh, was haben wir hier? Das Gemälde der brennenden Scheunerstöcke. Ich muss es und seinen Schöpfer finden. Ich dachte, das könnten wir mitnehmen. Können wir bei den Heuballen noch was machen? Sind das Heuballen? Ja, ich glaube schon, ne? Die zum Trocknen hängen. Mal ein bisschen in die Ecken gucken hier. Okay. Okay. Dann ist das unser Weg hier. Wunderschön hier oben. Moon Down. Oder Moon Down. Gibt's den Ort wohl wirklich? Gibt's den Ort wohl wirklich? Vor Jahrhunderten. Okay. Rennen. Huiiii! Berg runter. Da ist auch noch eine Scheune. Gucken wir mal da zuerst nach. Friedhof und Kirche. Nach links. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Da ist ein Brief oder ein Zettel da unten. Vielleicht kommen wir noch nicht hier rein. Ist noch abgeschlossen. Von innen verriegelt. Okay. Was haben wir hier? Bus in die Richtung. Ist noch ein anderen Weg hier rein. Ah ja, guck mal hier. Dafür bin ich jetzt hergekommen? Hm. Okay. Aber es gibt auch noch eine Treppe. Oh! Ein Fahrzeug. Das ist ein Mowel. Großvaters Mowel. Können wir damit fahren? Ich weiß gar nicht, was ein Mowel ist. Ein Holzblock. Okay, wir haben einen Holzblock. Wir haben einen Schlüssel. Vielleicht einen Schlüssel für das Haus des Großvaters. Oder für das Fahrzeug. Mal sehen. Nein. Steigen wir mal ein. Wenn wir das können. Ich kenne noch keine Frequenz? Okay. Verlassen. Keine Ahnung, was mit Frequenz gemeint ist. Oder was ein Mowel ist. Ein Hersteller. Keine Ahnung. Wir haben einen Schlüssel. Und ich glaube, der Schlüssel ist der Schlüssel zum Haus des Großvaters. Vielleicht gucken wir da zuerst. Oder gehen wir zuerst zum Friedhof? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen zuerst in die Hütte. Bei dem großen Kreuz ist das Friedhof. Da oben steht wie eine Ziege. Zwei Ziegen da oben. Wo ist das große Kreuz? Ach, da ist das Kreuz. Jetzt sehe ich es auch. Okay. Hier sind wieder Schilder. Wasserspender. Wasserstelle. Da oben. Okay. Ich gucke mal, ob der Schlüssel hierfür ist. Oh, guck mal. Ein Fernglas. Das ist ja cool. Jetzt können wir erst reinzoomen. Das ist ja richtig cool gemacht. Ist das da unten die Scheune, die abgebrannte? Hä? Sind wir nicht von oben gekommen? Ne, das ist nicht die Scheune. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Hier ist auch noch eine Zeichnung. Ein verblasstes Foto von mir. Wartet mich jemand? Mal sehen. So, kommen wir auf jeden Fall hier rein. Was ist das? Oh, ein Außenlichtschalter. Das ist ja cool. Es funktioniert sogar. Es funktioniert alles. Movel. Am Hang daheim. Der Movel fährt auf dem Plakat. Am Hang daheim. Das ist echt cool gemacht. Auch hier mit den Glaseffekten und so. Oh, richtig cool. Richtig cooler Stil. Oh, noch ein Stück Holz. Sehr gut. Elpa, eine Arbeit vor langer Zeit. Was ist das? Kerzen. Kerzen im Schlafzimmer. Die Sprache klingt irgendwie so ein bisschen italienisch. La casa und so. Krieg? Welcher Krieg? Sieht eher aus wie ein Bauer, hm? Wie ein Arbeiter. Sieht eher aus wie ein Bauer, hm? Wie ein Arbeiter. Sieht eher aus wie ein Bauer und so. Ah ja. Was ist das? Eine Wachsmalkreide. Und... Streuchhölzer. Und noch ein... Oh, das sieht aber gruselig aus. Das ist cool, dass das so reinzoomt und die Sounds da, die man hört, die in dem Bild sein sollen. Richtig cool gemacht. Können sogar die Fenster aufmachen. Und rausgucken wahrscheinlich, ne? E? Inventar benutzen. Das geht nicht. Was? Platziere einen Gegenstand im Inventar. Ach, wir können eine Lampe da platzieren. Ah, verstehe. Aber warum? Du kannst das Spiel an der Pendlupe manuell abspeichern. Das Spiel wird in Schlüsselmomenten auch automatisch gespeichert. Ha. Das ist so großartig gemacht. Ich liebe es. Das ist so großartig gemacht. Großpapa im Krieg. Die hat über diese Zeit geredet. Das ist so großartig. Das... Da war ich wieder zu schnell. Es ist nichts passiert. Deswegen hab ich nochmal auf E geklärt. Oh! Wie eckig wir sind. Okay. Das Fenster können wir nicht aufmachen. Wenn das das Bett ist, was ist das dann? Hm. Okay. Sehen wir uns mal weiter oben hier. Oh, guck mal, wir können das Holz in den Ofen tun. Das geht nicht. Ich glaube doch. Was haben wir hier? Okay. Das geht nicht. Pfanne. Okay. Pfanne auf den Topf. Sollte ich die Pfanne zuerst mit Wasser füllen? Okay. Okay. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist. Vielleicht gehen wir... Hier können wir überall was hinstellen. Radiofrequenz entdeckt. 185,3 Kilohertz. Okay. Damit können wir auf diesen Mowel fahren, denke ich mal. Dann können wir es machen. Okay. Wir essen jetzt was. In der Fotografie wählen wir den Mäschchen davon und zusammenkontakt. Ach, das sind unsere... Ach, das ist ja cool. Das sind unsere Lebensbalken und so. Hunger... Was weiß ich nicht alles. Wie komme ich denn wieder hier raus? So. Das ist eben schief. Sie erwarten was, seine Schütze. Hm. Okay. Erstmal das Spiel kennenlernen hier, ne? Okay, in dem Radio kann man nichts machen. Kaffee machen. Optional. Oh. Das können wir bestimmt, ähm... Dann hier, ne? Können wir hier vielleicht Kaffee machen? Okay. Ein weiteres Schlafzimmer. Nein, das ist das gleiche Schlafzimmer. Wir sind einfach nur im Kreis gegangen. Kommt man irgendwie nach oben? Ah, hier. Wo ging's hier hin? In die Küche, ne? Okay. Aber wo holt man Wasser? Wahrscheinlich draußen am Brunnen oder so. Aha, da war doch so eine Quelle, meine ich, ne? Okay, da müssen wir irgendwas einsetzen. Das geht nicht. Oh, hier. Vielleicht ein Kreuz, um in diese Tür reinzukommen. Ich mach erstmal Licht an. Abgeschlossen. Da können wir aber auch nicht ins Inventar gehen. Oh, Badezimmer. Guck mal hier. Oh, leider kein Wasser, so wie es scheint. Oh, hier, noch ne Karte. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, ist das creepy. Oh! Was zum Teufel? Die Hand leuchtet im Hintergrund. Wenn wir uns den Spiegel angucken. Okay, das ist... Oh! Okay, wir haben damit einen geheimen Raum freigeschaltet. Okay. Das ist so... Das ist so gut gemacht und so creepy teilweise. Verrückt. Okay, eine Flasche irgendwas haben wir da. Haben wir hier... Was ist das? Zwei Holz. Pfanne. Pöteli. Pöteli. Wahrscheinlich Kirschnaps oder sowas. Die Pfeife. Drei Streichhölzer. Markenkaffee. Ein Schlüssel. Ich weiß nicht, was dieses Icon da soll. Und was ist das? Ein Wachsmalstift, würde ich sagen. Sieht zumindest so aus. Okay. Ich geh erstmal weiter. Mein altes Zimmer. Mein altes Zimmer. Was ist das? Manchmal zog ich mit dem Schraubenzieher los, wenn mir langweilig war. Und dann hat er sich die Schilder geklaut. Okay, was haben wir denn hier? Das da. Ah, ein Bild von der Karte. Eine Höhle. Da gibt es eine Höhle. Ich frage mich, was das hier noch sein soll. Okay. Wir werden es nach und nach rausfinden. Hier können wir auch Kerzen platzieren. Oder Lampen. Das wird sicherlich noch Teil des Spiels sein. The Colony. Er hat was hier aufgehängt. Hm. Sieht ein bisschen Blair Witch mäßig aus. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich noch hier tun soll. Hauen wir uns mal ein bisschen im Haus um. Oh ne, hier oben. Oh, alter Schlitten. Mein alter Schlitten. Oh, welchen Schlüssel brauchen wir? Vielleicht diesen hier? Das geht nicht. Das geht nicht. Wie war es denn? Der Urteil des Jahres. Grüß Papas Sachen aus dem Krieg. Ich hätte jetzt wetten können, dass das der richtige Schlüssel ist. Hm. Vielleicht ein Soldatenschlüssel. Schlüssel mit einem Soldat drauf oder so. Okay. Gehen wir erstmal zum Grab. Hier brauchen wir, denke ich mal, auch ein Kräuter, um da reinzukommen. Ah, es wird noch spannend. Es wird noch spannend. Obwohl, ich gehe schon mal zur Quelle. Da oben sollte ja irgendwo ein Brunnen sein oder eine Quelle oder so. So. Vielleicht holen wir uns da schon mal ein bisschen Wasser. Mal sehen, wo das war. Äh. Kirche. Wasser. Da steht auch noch eine Hütte. Ah, hier. Guck mal. Versuchen wir mal hier. Ah ja. So können wir Kaffee kochen. Da ist die Höhle, wie es scheint, da oben. Okay. Mundo, macht müde Männer mutig. Courage. Gemütlich hier. Auf dem. Dem Heu. Können wir da irgendwie durch? Guck mal, sogar wir machen so Staubwolken hier. Oh, wir können es anzünden. Nein. Hm. Vielleicht ist dieser Schlüssel hier für da. Ah ja. Der Schlüssel ist abgebrochen. Ja gut, wir brauchen ihn eh nicht mehr. Bester Kaffee. Mal sehen, was der Kaffee macht. Vielleicht. Äh. Wenn wir müde sind, macht der uns munter, ne? Würde ich mal sagen. Nochmal einmal ums Haus gehen, was es hier noch so gibt. Ah, guck mal. Kann auch nach oben gehen. Oh. Okay. Gesichtsmasken. In der Tonja. Das habe ich schon, mehr brauche ich nicht. Okay. Ein Wachsmalstift reicht. Jetzt gehe ich erstmal zum Friedhof. Ich guck mal da unten. Da ist die Kapelle. Also müssten wir da eigentlich auch zum Friedhof kommen. Da ist der Tunnel. Das ist das Haus unseres Opas. Ach guck mal, ein Lift oder sowas. Kommen wir hier drunter. Das ist ja witzig. So können wir wahrscheinlich auf den Berg fahren, da oben hin, ne? Mit Licht. Okay, ich versuche jetzt erstmal auf den Friedhof zu kommen. Was haben wir denn hier? Komme ich hier runter in den Nebel? Das können wir wieder anzünden. Hier sind Schlitten. Aber ich will das nicht anzünden. Okay, wir können uns im Nebel, im Heu verstecken. Auch nicht schlecht. Da kriege ich natürlich Angst, was das Spiel sonst noch so mit uns vorhaben könnte. Aber okay, jetzt gehen wir endlich zum Friedhof. Ja, jetzt machen wir es wirklich. Versuchen einen nächsten Hinweis zu finden. Und dann kochen wir Kaffee, würde ich sagen. Wahrscheinlich können wir dann einfach ins Haus vom Opa. Ist alles halt so ein bisschen Open World hier. Ich muss erstmal gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Vielleicht über den Weg. Durch den Tunnel. Oder da an der Seite entlang. Ich glaube eher hier an der Seite entlang. Vorsicht Tunnel. Okay, Aussichtspunkt, Kapelle. Bienenstock und Brücke wahrscheinlich, ne? Der Tunnel scheint so zu sein. Okay. Was ist das? Ein Mikrofon, das mit dem Öffnungsmechanismus verbunden ist. Okay. Ich meine, er kommt doch von da. Er muss es doch eigentlich wissen, oder? Wie auch immer. Man kommt ja auch mit dieser Hänge, äh, Seilbahn da hoch. Irgendwie. Oh, hier E? Was? Was ist hier E? Die Kaplote de Jeremias. Ja, die Kapelle. Jeremias Kapelle. Ausguck. Irgendjemand singt da? Hey, da ist so ein Tor, so ein verstecktes. Oder ist das der Friedhof? Ich glaube, das ist der Friedhof. Kartograf. Oh! Ah! So können wir uns ne Karte zeichnen. Alles klar. Wenn wir so Aussichtspunkte haben. Interessant. Na, so einfach kommen wir aber auch nicht zum Friedhof, hm? Vielleicht doch außenrum. Die scheint da oben zu singen. Dieses Spiel verwirrt mich irgendwie auf so viele Arten und Weisen. Wohl, da kommt man nicht hin. Nur über den Lift. Ich muss erst mal den Lift hoch. Zur Kapelle. Und dann komme ich zum Friedhof. Sieht so aus, ne? Gucken wir mal, ob wir einen Lift kriegen. Die Ziegen da oben sind der Hammer. Hm. Die Frage ist, wie kann ich hier einen Lift kriegen? Gerade eben fuhr hier einer her. Da fährt der mal hin und her. Na, der hängt da oben, ne? Also so einfach kommen wir nicht da hoch. Gibt es noch einen anderen Weg hier auf dem Friedhof? Hier vielleicht her. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Ah, vielleicht doch. Ich glaube zwar nicht, dass das so gewollt ist. Aber wir sind hier. 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 woher ist der Pastor? Da. Da müssen wir erst zur Kirche. Kirche. Friedhof. Süße, kleine Kapelle. Achso, E. Keine Antwort. Abgeschlossen. Gibt es einen anderen Weg hinein? Durchs Fenster vielleicht? Sieht sehr verrammelt aus. Vielleicht von der anderen Seite. Da ist er doch. Ich sehe ihn doch. Hallo. Wie kommen wir denn da rein? Über das Dach? Hm. Klettern wir mal hier hoch. Hallo, Buabetta. Ah. Die singt da. Jetzt hat die eine Hand. Ja, la scaure saß. Ja, oh. Wo fliegt es hin? Ja, oh. 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 Einige Gegenstände können im Inventar benutzen. Die Sonne scheint auf dieses Kreuz. Etwas mit dem Schatten der Kapelle. Okay. Der Schatten der Kapelle. Zeigt auf diesen Stein. Die Spitze zeigt auf diesen Stein. Okay. Vielleicht finden wir da einen Schlüssel oder so. Wäre jetzt mal interessant, wie wir überhaupt hier hingekommen sind. Hier ist ein Tor. Ich sollte mich zuerst hier umsehen. Okay. Ah, dann wären wir daher wahrscheinlich gekommen. Hätten wir den Weg gar nicht über diese Hügel machen müssen. So, warte mal. Die Kapelle. Der Schatten. Zeigt genau auf diesen Felsen. Okay. Ein Schlüssel. Sonnenanbeter. Das ist doch das Symbol auch, was der Vater getragen hat. Okay. Damit kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Friedhof auf. Jetzt müssen wir doch das Grab des Opas finden. Das Grab ist leer. Zeit, mit dem Pfarrer zu sprechen. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Im KZ, RKZ, oder was das heißt. Hm. Das ist ein süßer, kleiner Friedhof hier. Wir nochmal eben gucken, ob wir auch wirklich hier hingekommen wären. Nicht, dass ich jetzt schon viel weiter in der Story bin. Aber ich glaube, hier wäre der Eingang gewesen. Ja, da sind wir unten einfach nur in dieser Hütte vorbei. Okay. Alles klar. Wir hätten gar nicht über die Felsen klettern müssen. Das ist alles okay. Ist alles gut. Alles genauso, wie es sein soll. Jetzt reden wir erstmal mit dem Pfaffen. Hallo. Äh. Bruder. Höh. Höh. Meine Hand gefällt das nicht. Irgendwie etwas Teufelses steckt dahinter. Kann ich... Wieder du? Oh, er! Ich bin hier rein. Danke, dass du mich hier reingehen hast. Und du meinst, der muss sich mit trinken geht in Troja. In Troja. Okay. Okay, okay. Ich verstehe. Hm. Hallo. Was ist passiert? Ich muss mal ein bisschen umgucken. Ist wirklich alles so richtig nice gemacht. Ja, hab ich. Radiofrequenz entdeckt. 29,3. Bin, geht. Blevon. Dia, seh ich und halt. Irr. Jetzt rief. Ich habe es verloren, deine Bräufe, Jeremias. Du hast gesagt, dass das sei die Mord. Mord. Es ist ein Traus. Im Felgen löst. Ich trage dich. Il Vorangstor wird mir aufjulg. Irr. Verknagelte Fenster. Da können Sie das Finastra-Sarabes-Kunaises. Sie sind eine Frau. Sie sind in Stembrau. Sie sind in Stembrau. Holzkiste. F und C mit dem Symbol der Fluss, Florin, Caminada. In der Kandaila? Die Kandaila der Faden der Teutat. Die Taufgherz. 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 Wie sie aufs Fenster sind. Leeres Grab. Murmelt. Da macht er sich vom Acker. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was wir ins Fenster stellen können. Im Großpapas Haus übernachten. Okay. Kerze auf dem Fenster sind zu stellen. Ach, immer wenn wir so ein Radio finden, dann kriegen wir eine Frequenz. Dann können wir mit diesem Fahrzeug da hinfahren. Wow. So schnell ist Nacht geworden, Leute. Sieht schon wirklich cool aus. Ich mag diesen Graf... Es ist unglaublich, dass der Grafikstil einen so beeindrucken kann. Okay, hier gibt es Kerzen. Freundlicherweise. Da wissen wir wenigstens, wo wir langen müssen. Und ich bin sicher, ich habe auch ein paar Zuschauer aus der Schweiz, die jetzt alles verstehen hier. Größe gehen raus. Ich verstehe leider gar nichts. Manchmal klingt es ein bisschen italienisch. Manchmal klingt es ein bisschen deutsch. Was haben wir hier? Ja. Ich platziere einen Gegenstand für Militär. Bedrückt halten, dann loslassen, um zu stechen. Große Ausrüstung durchsuchen. Ah ja. Ja. Okay, können wir das Kreuz auch nehmen? Ah ne, das müssen wir mitnehmen. Okay. Was können wir denn stechen hier? Müssen wir vielleicht das Heu? Oh, okay. Oh, okay. Nicht gut. Brennig! Da ist einer. Hä? Einige versuchen Angst. Sie können dich verlangsamen oder lähmen. Oh. Stirb! 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 Die Heugabel ist kaputt gegangen. Oh, vielleicht hätte ich sie natürlich auch anzünden können, ne? Oh! Was sind das für Wesen? Ich laufe einfach weg. Bin ich hier sicher? Vielleicht muss ich mir Mut machen. Und ich versuche mal, Kaffee zu kochen. Er holt immer die Hand aus, wenn Feuer ist. Oh, hier sind noch Streichhütze. Guck mal. Okay, das haben wir. Kaffee kochen. Optional. Okay, den haben wir auch. Können wir das irgendwie benutzen? Ah! Delirium. Eins von sechs. Ah. Better. So, machen wir nämlich, haben wir nämlich keine Angst mehr, denke ich mal. Okay, in Großpapas Haus übernachten. Kerze aus Fenster sind still. Tabak für die Pfeife. Optional. Okay, das packen wir erstmal wieder weg. Ich würde mal sagen, wir speichern jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, was das für gruselige Wesen waren. Oh, oh, die rennen draußen immer noch rum. Damit können wir uns wahrscheinlich schützen. Aber ich speichere jetzt erstmal. Und ich würde sagen, wir machen dann noch einen weiteren Part von dem Spiel. Mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Könnt mir gerne mal schreiben, wie es euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu Mundown. Oder Mundöin, wie es heißt. Wahrscheinlich. Und, ähm, die Sprache ist nicht, wie ihr mir geschrieben habt, Switzer-Dütsch, sondern retro-romanisch. Dass man in einigen Regionen in der Schweiz tatsächlich noch spricht. Wird ungefähr von 60.000 Schweizern gesprochen, die aus der Region kommen. Grüße an die Schweiz in der Richtung dann. Und, ähm, ja. Finde ich sehr interessant. Ist stark von dem, von dem Italienischen beeinflusst. Und, äh, hat aber auch so ein paar deutsche Aspekte. Insgesamt gibt es echt ziemlich viele offizielle Amtssprachen in der Schweiz. Französisch gibt es ja auch noch. Deutsch sowieso. Ähm, Switzer-Dütsch und halt diese Sprache. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber, ähm, ja. Ist schon, ist schon interessantes Land. Aber auch ein Land mit viel Geschichte, glaube ich. So, ähm, wir müssen jetzt eine Kerze ins Fenster stellen und zu Bett gehen. Wobei ich jetzt momentan mal gucken muss, ob ich denn überhaupt noch Kerze... Ich habe eine Kerze. Ich habe eine Kerze. Okay. Wir stellen eine Kerze ins Bett. Ich muss noch mal gucken... In... Äh, ins Bett. Ne, besser nicht die Kerze ins Bett stellen. Wir stellen eine Kerze ins Fenster. Ich muss nur noch mal gucken, das da oben. Ein Kerzenlicht im Schlafzimmerfenster. Okay, Schlafzimmerfenster. Da das hier das Schlafzimmer ist, gehe ich davon aus. Ich frage mich, was das hier ist. Ist das auch ein Bett? Oder ist da ein Ofen drunter? Das habe ich mich das letzte Mal, glaube ich, schon gefragt. Okay. Das müsste das Fenster nach vorne raus sein. Diese gruseligen Strohballen rennen immer noch draußen rum, gegen die wir ja anscheinend kämpfen können. So. Schlafzimmerfenster. Und dann gehen wir mal schlafen. Ich muss schauen, dass Großpapas Taufkerze am richtigen Ort steht. Okay. Das ist das falsche Bild. Die falsche Stelle. Hinten. Schlafzimmer hinten, hä? Das scheint hinten zu sein. So, wenn das vorne ist, ist das hinten. Oh, hier ist die Küche. Dann müsste es das Fenster sein. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Ich guck noch mal. Ich bin verwirrt. Oder müssen wir oben... Ist oben noch ein Schlafzimmer? Ne, ist definitiv unten. Mittleres... Ah, mittleres Fenster. Mittleres Fenster. Schlafzimmer. Mittleres Fenster. Okay. Mal sehen, ob das klappt. Okay. Die Schwierigkeit der Gegnerbewegung kann in den Einstellungen angepasst werden. Ich hoffe, ich kann erstmal zur Ruhe kommen hier. Oh, was ist... Was ist das denn? Eine Werkhechel. Großpapa hat sich immer auf die Brust gelegt vor dem Schlafen. Was ist denn eine Werkhechel? Und warum legt man sich sowas auf die Brust? Um böse Geister zu vertreiben. Ja, ja, enttreiben. Okay, ja, ja. Den, ähm... Hier, wie heißt er? Äh, den Nachtalp. Ne? Okay. Okay, wir schlafen. Verrücktes Spiel. Aber ich liebe es. Haben wir die Nacht überlebt? Kurzer Ladsscreen. Okay. Den Großpapas Haus übernachten. Oh, es regnet. Verlassen. Die Kerze ist abgebrannt. Die Figuren sind nicht mehr draußen. Ich hör was klopfen. Oh, Radio-Fequenz erfahren. Hey, wer... Hallo. Bist du nicht das Ziegenmädchen? Das Mädchen draußen suchen. Okay. Ich dachte, wir könnten noch einen Kaffee trinken. Ich glaube, wir haben sogar noch Kaffee im Inventar. Der beruhigt ja. Deswegen denke ich mal, behalte ich den erstmal. Wow. Zweiter Tag. Was? Die Kapelle ist abgebrannt. Hey, Zäge. Oh. Du warst doch auch schon, äh... ...in dem Haus von dem Opa. Oh. Wow, das ist einfach so krass, wie man mit so einem gezeichneten... ...Game, wie man doch so eine Stimmung hinkriegen kann. Ich bin total begeistert. Okay, das Mädchen zu sehen. Okay. Mädchen. Sie war am Küchenfenster. Hier. Ist sie vielleicht da oben hingerannt? Wir jagen jetzt das Mädchen. Wir suchen jetzt das Mädchen. Hier sind wieder diese scheiß Strohballen. Wow. Kommt die Ziege mit? Ist das die Ziege vom Mädchen? Ich will auf jeden Fall auch noch diese Frequenzen ausprobieren. Die konnten wir an diesem Auto... ...so. Ja, ist ja gut. An diesem Auto von dem Opa ausprobieren. Oh, da ist das Mädchen. Hey. Oh. Segelboot. Okay. Wir haben ein Bild von ihr gekriegt. Ist das der Opa? Ist das diese Kriegsleute? Hat er sich betrunken mit der Ziege im Stall? Hat er sich betrunken? Im Stall? Ist dadurch das Feuer entstanden? Das Spiel ist irgendwie so verwirrend auch teilweise. Nur die Ladezeiten sind ein bisschen lang. Welcher Krieg war das eigentlich? Der Erste? Nee, die Schweiz. Ich kann mich eigentlich kaum daran erinnern, dass die Schweiz... Die Schweiz war doch eigentlich immer neutral. Weil sie nicht im Ersten Weltkrieg auch neutral sind. Also die Sterne, wie sie funkeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Im Stall, bei den Ziegen, haben sie sich betrunken. Da ist wieder die Flagge. Also wir sind jetzt in der Erinnerung des Opas. Der muss seinen Rausch ausschlafen. Okay. Können wir mit dir reden? Großvater in jungen Jahren. Das muss während des Krieges sein. Ist das vielleicht der Kampfbereit-Bereich? Hier sind wir. Wir müssen nach vorne hin, zur Fahne. Und dann sind da Glocken oder so? Operation Buffet 12. Das Mädchen. Können wir hier raus? Wieso können wir nicht hier raus? Sie beobachtet uns einfach. Weil sie Teil der Geschichte ist. Schöne weiße Kreis. Seltsames Muster auf ihrem Fell. Okay. Opa rennt los. Jetzt können wir hinterher. Die ist einfach so gruselig, ey. Wie sie mich anguckt. Okay. Rennen wir mal hinter Opa her. Ist einfach so cool, wie die das auch mit den Sternen hingekriegt haben und so. Also Opa ist alleine los. Was er mit seinen Kameraden eigentlich in dieser Hütte in der Scheune brausiert hat. Ich muss mich definitiv nochmal geschichtlich ein bisschen belesen, was das für ein Krieg gewesen sein könnte. Aber zeitlich würde das wahrscheinlich so in die erste Weltkriegszeit ungefähr reinpassen. So Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber vielleicht auch ein bisschen später. Also früher. 1800 irgendwas. Ich weiß nicht. Ist das der letzte Außenposten? Er betet. Und es ist in den Händen des Herrn. Und es ist in den Händen des Herrn. Und es ist in den Händen des Herrn. Ganz nah wie zum Angriff bereit. Und Opa? Einsturz. Sturz betrunken. Wie erwartet es? Unser lieber Korporal Walter ist betrunken. Und wir werden jeden Moment angreifen. Schauen wir mal über den Grat. Ich würde gerne. Das ist aus. Der Teufel. Es muss einfach der Teufel sein. Er hat ein Deal mit dem Teufel gemacht, um den Angriff zu überleben. Es ist immer noch sehr verwirrend, dass man jede einzelne Textzeile wegklicken muss mit E. Und manchmal vergesse ich das und warte, bis es weitergeht. Deswegen dauert es dann länger. Tut mir leid dafür. Aber ansonsten finde ich die Atmosphäre wirklich extrem dicht. So dicht wie der Typ gerade im Stall. Ah, okay. Das Mädchen draußen suchen haben wir erledigt. Das scheint die Kirche zu sein, aber... Die ist zugemauert und sieht ganz anders aus. Ist eher so satanisch hier. Das ist die Geist aus dem Traum. Oder wenigstens der Kopf. Ja, nehmen wir den mit. Warum nicht? Alles klar. Ziegenkopf, check. War dahinter nicht irgendwie ein Geheimgang, wo sich der Pfaffe hin verpisst hat? So, jetzt habe ich einen Ziegenkopf. Und jetzt? Oh. Ah. Ich kann mit meiner Zauberhand hier wieder aufmachen. Der Maler. Es regnet Steine. So, ich meine, wie muss ich da hoch? Ich sollte in den großen Bäumen im Frickdorf Schutz suchen. Okay. Okay. Uh. Oh. Autsch. Hier ist der Frickdorf. Okay. So ein Baum hält natürlich Steine ab. Das Licht auf dem Friedhof. Oder da ist ein Licht auf dem Friedhof. Vielleicht jetzt in dem Grab. Schutz suchen. Haben wir gecheckt. Oh. Der Pastor. Ich bin's. Oh, ich habe ein Fernglas. Habe ich immer noch. Ich sah sie im Krieg. Ich hatte eine Vision. Ich hatte eine Vision. Florina. Ich sehe schon. Dunkle Zeiten. Der alte Mann. Der alte Mann. Der alte Mann. etwas gefunden den ziegenkopf weiter Wie viel Freude! Der Traur preferiert ist der Corporal Walter. Sie sind hier in der Wald. Sie sind hier in der Pflege, sehr gut. Weiter? Ja, der Corporal Walter. In kein Jahr in der Zeit, Sie sind hier in der Stadt. Mein Corporal ist der Scheller, wo man auch die Wäge in der Wäge. Wo ist Walter? Na toll. Dein Großvater besuchte ihn jeweils in seinem Bunker. Er brachte ihn nachschub. Wo ist der Bunker? Aber ich habe ja den Schnaps. Okay, den Mouvel. Nachschub. Na. Auf Wiedersehen. Du hast dein Gegenstand. Großpapas Arbeitszimmer untersuchen. Kann ich nochmal mit dir reden? Okay. Ja, das ist dieser Kreuzschlüssel, den wir gekriegt haben. Okay. Scheinbar ist jetzt wieder gut hier, ne? Komme ich eigentlich auch über den Berg hier wieder zurück? Also mit meiner Hand komme ich in Bereiche rein, die eigentlich vom... Ich denke mal, das ist der Teufel oder soll der Teufel sein? Vom Teufel geschaffen wurde. Der in Gestalt eines Malers hier umher geht. Der quasi immer das malt, was er gerne hätte. Und die Sonne geht wieder auf. Ein bisschen gucken hier. Dann gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen hier. Ich hoffe, diese Strohwesen sind nicht mehr hier. Wo war der Mouvel eigentlich? War der hier? Was kann ich denn da anzünden? Nehmen, oder? Ach, nur die Tür. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Irgendwas haben wir hier gefunden. Achso, da konnte man sich verstecken. Alles klar. Da konnte man sich verstecken. Hier ist ein Schlitten. Vielleicht brauchen wir ihn später noch. Okay. Steht da noch die Kerze im... Ne, das ist einfach nur das Außenlicht. Da ist der Mouvel. So, aber wir gehen jetzt erstmal ins Haus vom Opa. und gucken. Ach, guck mal. Ziegenkopf. Tasse. Okay. Das ist eine andere Tür. Was ist denn da oben noch? Was ist denn da oben noch? Da ist auch noch ein Tor. Was ist denn da oben? Oh, ich bin neugierig. Ich muss mal eben gucken. Warte mal, vielleicht ist da... Achso, der Bus. Die Wasserquelle. Der Friedhof. Okay. Sind wir denn von da oben gekommen mit dem Bus? Von da? Ich glaube schon, ne? Ja, da ist die abgebrannte Hütte. Genau, die abgebrannte Scheune mit Opa drin. Die man nicht da rausgekriegt hat. Okay. Jetzt zieht der Nebel wieder auf. Gehen wir mal schnell ins Haus. Und probier den Schlüssel aus. So, das war oben. Oh. Hey. Grüezi. Kann ich Hallo sagen? Nein? Du bist die Nichte von dem, äh... Dingsbums, ne? Äh, okay. Da ist zu. Da müsste aber... Das Schloss das Richtige sein. Das Arbeitszimmer. Bleibt bloß hier sitzen. Okay. Haben wir auch einen Lichtschalter? Haben wir. Oh, die Fahne aus dem Krieg. Eine Schublade. Für Walter. Genau, das ist die Nichte von Walter. Wohne ich. Schnaps. Schnaps. Honig, Heu und Schnaps brauchen wir. Ballzimmer. Okay. Das hatten wir. Ziege. Heu bei der Ziege. Was noch? Florina. Geiß und Schnaps. Was sind... Okay. Okay. Äh, raus. Schnaps finden. Großpapas Arbeitszimmer untersuchen. Tabak für die Pfeife finden. Optional Heu sammeln. Mit Mowel. Honig finden. Geh, mit dem Mowel Honig finden. Ich dachte, wir könnten das noch lesen. Was haben wir hier? Was ist das? Extra starker Tabak. Jetzt die Pfeife gestopft. Super. Können wir die benutzen? Rauchen. Ja, steck mal besser weg. Ist ja nice. Okay. Die Fahne. Was ist das für ein Ding? Es läuft nicht. El Babo. Du musst die Batterie prüfen. Da ist nochmal so ein Wachsmalstift. Oder ist das eine Batterie? Hm. Eine Batterie, Mowelka. Oh, ist eine Batterie. Die haben wir ja zum Glück. Okay. Süß. Hm. Kann ich eigentlich auch das Fernglas wegstecken? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Honigtöpfe sind leer. Was ist das für ein Bild? Ach, Imker. Von diesem Bild hatte ich als Kind Albträume. Bei der Alp oben, die Ilur. Aber hier Honig ist der Beste der Welt. Okay, wir müssen also zur Alp. Das ist quasi die Alm. Kommst du mit? Badezimmer war hier. Da hatten wir ja diesen versteckten Raum gefunden. Irgendwie hatte ich hier in der letzten Folge gesehen, dass hier... Eine Hand war im Hintergrund. Ach, das ist einfach zu creepy. Das kann ich mir nicht nochmal angucken. Ja! Ich kann das Klo abspülen. Ich kann sogar aufs Klo gehen. Muss ich drücken? Puh. Wie geil! Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich aufs Klo gehen kann. Okay, Hände waschen. Scheiße, kein Wasser. Okay. Na gut. Lassen wir das Hände waschen heute mal. Aber verrat's keinem. Was war ganz oben nochmal? War da auch dieser Schlüssel? Was brauchen wir denn da? Was für ein bizarres Schloss. Okay, da steht definitiv Opas Uniform und auch ein Bild und so. Aber ich denke, jetzt müssen wir erstmal mit dem Mowel fahren. Haben wir eigentlich auch... Warte mal. In dem Journal können wir doch sehen... Wie unser Zustand ist. Genau, hier. Wie viel Angst ich habe. Ob ich gesättigt bin. Was ist das? Waffe? Okay. Kriegen wir noch eine Waffe. Wie gut ich vielleicht mit der Waffe umgehen kann. So, warte mal. Ich muss zur Ziege. War hier nicht irgendwo eine Ziege? Da oben? Da oben irgendwo. Ich meine, da war eine Ziege im Stroh. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Hier ist zumindest Stroh. Ja, aber ich kann das immer nur anzünden. Na, hier war irgendwas anderes. Wo habe ich denn die Ziegen gesehen? Kann ich da auch hoch? Aussichtspunkt. Wasserquelle. Ey, noch ein Aussichtspunkt. Ein zweiter. Oder war ich hier schon? Eine Höhle? Okay. Was kann man hier machen? Ich gehe mal in die Höhle rein. Ein alter Unterschlupf. Den habe ich fast vergessen. Figurativ. Aha. Da können wir uns hinsetzen. Können wir hier ein Schattenspiel spielen? Ein Rätsel machen? Mehr gibt es hier nicht. Ich glaube, es ist Teil eines Rätsels. Aber wir können es da nur hinsetzen. Hm. Okay. Sieht aus, als ob da einer liegt. Soll ich immer mal im Hinterkopf behalten. Gut. Gehen wir mal zum Mowel jetzt. Ist das irgendwie so ein Heufeierzeug? Oder was ist ein Mowel? Kenne ich auch gar nicht. Nie gehört vorher. Typ, 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 typ. Achso, hier. Kommen wir noch nach oben. Das brauche ich nicht mehr. Das mit den Masken ist auch creepy. Ey, keine Ahnung, wofür diese Masken stehen. Hm. Aber Ziegen? Wo sind die Ziegen? Na gut. Fahren wir erstmal zum, ähm... Huch. Fahren wir erstmal zum... Ähm... Honig holen. Ich würde jetzt mal sagen, die Ziegen ist ja eigentlich bei dem Ziegenmädchen da, ne? Da irgendwo auf dem Berg waren die. Oh, da sind wir nicht hingekommen. Ich dachte, ich hätte woanders noch Ziegen gesehen. Da oben. Ich bin mir erstmal nicht sicher. Ah, wir gucken mal, was wir in Mowel machen können. Wir können uns ja ganz in Ruhe hier umgucken. Hat ja alles keine... Zeitdruck. So, ich hoffe, wir müssen hier noch Benzin finden für das alte Teil. Die Kerze ist an. Mowel. Am Hang daheim. Okay. Wo willst du den Schlüssel finden? Okay. Hm, hm. Oibabo. Das geht nicht. Ja, mü... Ich kann noch mehr Heu aufladen. Okay. Licht? Aber ich muss erst den Schlüssel finden. Okay, wo finde ich den Schlüssel? Wo finde ich den Schlüssel vom Mowel? Wahrscheinlich im Haus irgendwo. Was ist der hier irgendwo? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht doch im Schreibtisch. Oder habe ich den schon? Kaffee, Pfeife, Ziegenkopf. Den Schnaps, den Tabak. Die Tasse. Okay. Okay. Ich brauche erst den Schlüssel. Wenn es Großpapas Mowel war, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo im Haus, das will ich gucke mal eben, Großpapas Arbeitszimmer untersuchen. Aha, also es fehlt noch. Wahrscheinlich müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer umgucken bei dem Mowel-Modell oder sowas. Mowel-Modell. Ja, ja. Ihr wisst, wie ich das meine. Vielleicht hilft uns aber auch ein Bild dabei. Okay, jetzt kann ich nur ein- oder ausschalten. Ja, ich kann nur ein Bild dabei sein. Der Honig ist der Beste. Hm. Ah, irgendwo muss ja der Schlüssel sein. Du weißt es auch nicht, ne? Badezimmer. Hier vielleicht noch? Axtmalstifte. Soldaten. Hm. Vielleicht der aber auch am Mowel irgendwo. Hier wird der ja nicht mehr sein. Hier haben wir schon alles durchgeguckt. Hier haben wir den Schnaps gefunden. Hm. Oben kommen wir nicht rein. Hier ist zu. Das Arbeitszimmer durchs Muchen. Also irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas fehlt hier noch. Wenn sich etwas tut auf dem Gipfel. Auf dem Gipfel. Ein Bild mit einem Gipfel vielleicht? Das da. Das da. Hm. Oh, Rauchverbot. Guck mal, jetzt rauchen wir selber. Ich spüre, dass sich etwas tut auf dem Gipfel. Haben wir noch ein anderes Bild mit Gipfel? Das muss ein Hinweis sein. Der Mowel fehlt auf dem Plakat. Hm. Diesen Mann kenne ich nicht. Da haben wir auch einen Gipfel. Hm. Hm. Die Person, die sie nicht auf dem Tod, wird es gut aus dem Bild. Im Plakat bei Schurzelhäten der Nacht, der Schurzelhäten war die Schurzelhäten in der Pläunchen des Mundellens. In der Fotografie der Taz während des Jahres. Lachen wir uns das ja eigentlich alles angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel finden soll. Aber es ist ja definitiv noch was zu tun im Arbeitszimmer. Weil die Aufgabe noch nicht erledigt ist. Großpapas Arbeitszimmer durchsuchen. Es muss irgendwas mit dem Modell zu tun haben. Jetzt hätten wir das nicht reparieren müssen. Aber warum dreht sich nur die eine Seite? Oh, was? Warum können wir denn da durchgucken? Was? Welcher Raum ist das? Oh. Großpapas Werkstuhl hat sich nichts zu suchen. Aber Kinder sind neugierig. Hm. Was könnte ich da noch nur Tür zu machen? Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel vom Mowel herkriegen soll. Was haben wir denn sonst noch zu tun? Honig finden? Mowel zu einem Schlüssel finden. Heu sammeln mit Mowel. Honig finden. Ach so, Heu sammeln mit Mowel. Großpapas Arbeitszimmer durchsuchen. Also hier muss es noch irgendwas geben, was ich nicht gesehen habe. Ich weiß ja nicht, ob ich hier noch die Schubladen aufmachen kann. Was hat das hier auf sich mit dem Mowel? Da ist auf jeden Fall noch ein Heubel-Laden da drin. Aber wieso fährt der nicht? Was muss ich da reparieren? Kann ich die Fahne irgendwie abmachen? Ist dahinter irgendwie was? Hm. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo der Schlüssel versteckt ist, aber ich habe keine Idee. Okay, warte mal. Was für ein Bild haben wir denn hier gefunden? Ach, das war das Geheimversteck in der Höhle. Die Liste für Walter. Steht da noch was auf der Rückseite? Okay. Eins, zwei. Oh, warte mal. Ah, verstehe, verstehe. Warte mal, warte mal. Wir müssen das Fahrzeug in der Hütte parken. In der Hütte. Ah, das ist das Rätsel. Der Hinweis war da. Großpapas Arbeitszimmer durchsuchen. Alles klar. Dann haben wir jetzt den Schlüssel für den Mowel. Die ist weg. Ich bin nicht erschrocken, weil die Tür auf einmal hängen blieb. Okay, dann können wir jetzt mit dem Mowel Heu sammeln. Das hier überall rumliegt. Und dann können wir zum Imker fahren. Und wenn wir alles haben, können wir zu dem Walter fahren. Und ihn über Opa befragen. Dann mal sehen. Oh, ich hab sogar das Licht angelassen. Guck mal. Oder nicht? Doch. Irgendwie schon. Oh! Kommst du mit? Halt dich fest, es wird holprig. Hm. Okay. Grandpa Tourism. S. Bremsen. B. Beschleunigen. Kuh verlassen. Okay. Okay. Der Wagen ist noch nicht voll. Licht anmachen. Dann mal los. Hui. Ich hoffe, wir bauen keinen Unfall. Ich glaube... Boah. Ein bisschen langsamer. Wo war denn das Heu? Hier oben auf dem Weg war, glaube ich, Heu. Da oben. Wenn man da hochfährt... Ja, ich glaube... Hier ist Heu. Guck mal hier. Der Mowel hat's echt drauf. Okay. Da ist noch ein bisschen Heu. Hui. Oh. Okay. Heu sammelt Mowel. Heu schnupfen. Ich habe einen Schnaps und genügend Heu. Den Honig muss ich weiter oben am Berg bei den Alp holen. Und es ist Zeit, den Bunker zu finden, um Walter einen Besuch abzustatten. Okay. Den Berg hochfahren. Und Walters Bunker finden. Alles klar bei dir? Mal gucken, ob wir hier durchkommen dann. 131,6. Okay. Eine Radiofrequenz. Eine Radiofrequenz. Okay. Aber wie spiele ich jetzt ab? Jetzt ist es aus. Hm. Oh. Okay. Ah. Wir brauchen die Frequenz, um an gewissen Orten vorbeizukommen. So, halt. Falls du vergessen hast, wo du geparkt hast, benutze ein Plakat, um den Heulader zu rufen. Oh. Das ist ja nett. Ich wollte mal eben gucken, was hier ist. Ach, diese... Oh. Fracht. Oh nein. Jetzt war ich wieder runter. Ich wollte gar nicht runterfahren. Ach so, hat man das Heul von oben von den Balken runtergekriegt. Das macht natürlich Sinn. Coole Sache. Ja, guck mal. Hier liegt auch noch Heul rum. Wui. Bums. So kommt man schnell wieder runter. Das Problem ist, jetzt muss ich wieder hoch. Aber wir können ja rennen. Klimper, Klimper. Ach, da sind diese Alpen. Guck mal, die, die auch auf dem Bild drauf sind. Okay. Creepy. Vorsicht, Tunnel. Die Tür bleibt dann wahrscheinlich auf. Was ist das? Das ist ein Schweinestall oder was sind das für Geräusche? Das ist natürlich ein Schloss vor. Das klingt gruselig. Serpentini. 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 Exposition. Pekture moderne. Wie witzig. Das ist dieser, ähm. Ja, war das der Maler? Ah. Ein Schlüssel. Versuchen wir den mal. Warum können wir hier das ganze Heu abbrennen? Ich will es gar nicht versuchen. Okay. Was zum Teufel ist das? Ein Gesicht, das sich bewegt. Oh. Drei Herren. Okay, Munitionen. Das ist so creepy mit der Maske. Ich mach dir mal Licht. Was? Oh nein. Okay, jetzt anzünden hier. Abgebranntes Heu kommt nach einer Weile zurück. Oh, der kommt raus. Er brennt. Du bist weg. Wir überfahren den. Oh. Bumm. Ja. Es klappt. Wir konnten den überfahren. Wie geil ist das denn? Oha. Dummerweise brennt jetzt hier alles. Okay. So können wir die Dinger loswerden. Wahrscheinlich. Falls der Mobile feststeckt. Habe ich gerade nicht gelesen. Aber wir können auch einfach zurück. Ich fahre jetzt mal weiter. Boah. Ich will eigentlich wissen, was... Okay. Das Heu ist abgebrannt. Wir können jetzt gucken, was hier noch ist. Ein Bild? Gebrauchst du Anweisung für ein altes Militärgewehr? Gewehrhandling permanent. Ah. Okay. Damit können wir uns verbessern. Ah. Ganz schön open, diese Welt hier. Normalerweise wäre es jetzt nicht schlau gewesen, hier diese Hütte anzuzünden. Ah. Dann müssen wir uns in solche Bereiche hier wagen. Damit wir quasi Boni kriegen. Es gibt auch einen Keller. Hohohohohoho. Aber diese Maske, ey. Oh Gott, ey. Das ist... Das Spiel macht mich so fertig auf so vielen Ebenen. Hier können wir nur in die Hocke. Hat das Monster hier gewohnt? Da ist noch was. Oh, Essen. Streichhölzer. So sättigen wir uns. Ja, okay. Okay, okay. Ja, gut. Ja. Ja. Eine Skizze. Ich lerne diese Sprache noch. Eine Skizze. Okay. Hier will ich hoch. Fahren wir mal mit dem Movil weiter. Du hättest mich ja ruhig mal vorwarnen können hier. Lieselotte. So. Gut zu wissen, dass wir... ...die Strohmonster auch... ...überfahren können. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. So. Mal gucken, ob wir hier zu dem Imker kommen. Okay. Noch eine Brücke. Ah, mit dem Movil-Schild kann ich den Movil rufen. Na, mal gucken, wo wir hinkommen. Ich vermute mal in einen anderen Bereich. Vorsicht. Auf die Alp halt. Aua. Fahren war ja noch nie so mein Ding in Spielen. Das ist mal wirklich ein sehr großer Tunnel. Das so gehört? Huch. Äh, was? Was? Das ist der alte Tunnel, mein Sohn. Schön, dass du ihn gefunden hast. Oh, die sind alle so favorant. Gefällt dir mein Geschenk? Was hast du mir angetan? Du wunderbarer Tunnel. Und führt dieser Tunnel. Schau selbst. Direkt in die Hölle. Oh Gott. Das Spiel ist so genial. Ich liebe es einfach nur. Ziemlich abgefahren. Ich muss mal was trinken. Jetzt sind wir aber ganz schön lange unterwegs. Florina ist weg. Ich hoffe, es ist hier nichts passiert. Florina, der traue ich nicht. Okay, hier müssten wir doch eigentlich zum Imker kommen, oder? Mal sehen. Ah ja, Imker, guck mal. Imker, Brücke und Lift. Hier kann man den Mowel rufen. Nice. Was ist hier? Was ist hier? Auf dem Weg zu den Imkern, um etwas von ihrem Sagen umwogenen Honig zu erkennen. Warum führt der einzige Weg zur Brücke durch das Haus dieses Malers? ADF. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Oh. Noch mehr Streichhölzer. Okay. Wie viele haben wir denn jetzt? Zwölf. Damit können wir ja eine ganze Horde von diesen... Strohviechern erledigen. Da ist ein... Leider abgeschlossen. Von innen verregelt. Okay. Ich denke mal, wir müssen mit dem Mowel erstmal weiterfahren. I got to Mowel, Mowel. I got to Mowel, Mowel. Und zum Honig. Florina ist weg. Achso. Den Berg hochfahren. 100 Meter rechts. Okay. Was ist hier? Oh, noch mehr Streichhölzer. Nee, Munition. Okay, wie viel haben wir denn davon? Sechs Schuss. Drei Herren. Okay. Cooles Ding. Ich bin echt gespannt, inwieweit wir dann noch... ...kämpfen müssen, überhaupt. Hm. Hallo? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Dankeschön. Da müssen wir gleich rechts fahren. Was ist hier? Ach, nur Ausblick. Ausblick. Ja, wie ist denn das gemeint mit diesen Schildern hier rechts? Ist da was zu hoch ist? 50 Meter. Oh, oh. 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 Fick dich. Ach, da können wir den Mobile parken. Was passiert jetzt? Ein Schlüssel. Ach, das Heu wird abgeladen. Okay. Am Handelheim. Oh. Der muss mal ganz schnell aus... Oh, hier. Was haben wir hier gefunden? Serpentini. Ausstellung neuer Gemälde. Ein Wagen wird sie abhalten. Halten sie sich bereit. GXS. Okay. Theoretisch könnte man hier den Weg noch lagen. Oh Gott. Wie kann ich das Viech... Jetzt ist das Viech da. Ich muss mich irgendwie dran vorbeischleichen. Ich muss wieder in den Mobile. Und eins zu zwei. Ich will weg. Das ist eine Ziege. Eine kopflose Ziege. Oh. Wir hängen fest. Oh, ich seh nix mehr. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Ende. Das ist echt schwierig, da dran vorbeizukommen. Weil wir haben ja noch keine Verteidigung oder sowas. Die Mistgabel hab ich auch nicht mehr. Ja. 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 Ich weiß noch nicht, wann hier zuletzt gespeichert wurde. Ah, wir müssen alles nochmal machen. Okay. Kein Ding. Die Noten mitnehmen. Die Streichschützer mitnehmen. Ach so. Florina ist weg. Ja. Ja, Florina ist weg. Immer noch. Huch. So. Die Munition mitnehmen. Die Nächte sind echt gefährlich hier. Florina ist weg. Waren wir erledigt? Okay, wir haben ihn erledigt. Ich glaube, wir müssen dann gleich ganz schnell abbauen hier. Ah, komm schon, lad das Heu ab. Ja, das Heu, ich will... Ich will nur abbauen hier. Lauf schon. Straße hochlaufen. Okay. Wir müssen nicht vorbeilaufen lassen, sondern ganz schnell abbauen. Ach, das nervt doch. Ich meine, das ist meine Schuld, aber ich dachte, wir bleiben einfach sitzen. Und können dann ganz schnell... Aber es dauert zu lange mit dem Abladen. Es dauert einfach zu lange. Ich hätte gedacht, dass so ein Spiel so gefährlich sein kann. Okay, ich schneide das jetzt raus für euch hier. Okay, da sind wir wieder. Oh! Ja, komm mal ein bisschen näher. Ich hoffe, jetzt ist er tot. Okay. Warte mal, wenn wir einen Schlüssel haben... Wofür ist der Schlüssel? ... 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 Vielleicht für diese Höhle. Ich glaube, wir müssen uns erstmal in Sicherheit beugen. Hier können wir die Heuballen anzünden. Ich hau mal ab. Oh, sie schreien, ey. Okay, Heuballen ist abgeladen. Ich muss jetzt nur wissen, wo ich überhaupt hin muss. ... Ein Bild eines Heiligen. Okay. ... ... ... ... Wir sind mal ein bisschen besser beim Schießen geworden. Okay. Und noch Munition. Es wird also noch richtig geballert werden. Ich glaube, die Viecher sind weg. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier abgehauen sind. Was haben wir denn sonst noch vor? Honig finden und den Bunker finden. Ja. Kann ich hier anzünden? Die sind ziemlich dumm. Ich renne jetzt mal zurück. Und guck mal, ob ich möglichst schnell da das, ähm... Ob ich das Fahrzeug wieder beladen kann. Das wäre ja nicht schlecht. Oder das Fahrzeug benutzen kann. Die Heusinger sind immer noch im Weg. Die rennen immer noch da rum. Gucken, ob ich das anzünden kann. Oh Gott, sind die ekelhaft, ey. Tote Kühe. Oh, das wollte ich noch mitnehmen. Genau. Wofür war dieser Schlüssel, ey? Kann ich hier den Hang hochfahren? Kann ich? Oh, wo komme ich da hin? Es ist der Moog, rufe ihn von einem Plakat, na toll. Oh. Imker und Brücke. Ich versuche ihn zu schieben. Oh. Es geht. Ich kann nicht schieben. Ich komme hier in die Hütte rein. Eine Badewanne. Okay. Zauberer. Zauberer? Oh. Oh. Ich kann speichern. Ah. Machen wir das mal eben. Sehr gut. Dann müssen wir den Scheiß mit den Monstern nicht nochmal machen. Okay. Okay. Natürlich auch jetzt zu Fuß hier. Den Mowel können wir ja später holen, ne? Das sieht sehr vertrauenserweckend aus hier. Sehr vertrauenserweckend. Guck mal. Ich renne sogar drüber. Was ist das? Scheint ein geschützter Bereich zu sein oder so. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Steht es am Schlüssel nicht? Was, ähm... Hm. Steht leider nicht, wofür der Schlüssel ist. Vielleicht ist das der Imker hier. Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Ich hoffe es zumindest. Okay. Hier können wir Wasser holen. Machen wir das mal. Hol schneller Wasser. Doch, die kommt doch hier rein. Nachsinn, warum es in meinem Rucksack... Oh. Nachsinn, warum es in meinem Rucksack mäht. Aber erstmal muss ich hier weg. Da gehe ich nachher hin. Okay. Oh nein. Ja, toll. Kann ich hier über die... Ich muss ja irgendwie weg hier. Komm schon da hoch. Geh schon. Komm schon da hoch. Sonst komme ich hier noch nicht mal weg. Ja, okay. Da ist ein Haus. Da ist kein Griff. Was ist das? Ein Stein? Nein. Okay. Oh. Florinas Gemälde. Okay. Mal sehen, warum es mäht in meinem... Du bist wach. Du musst durstig sein. Ich gebe dir zu trinken. Ach, da muss ich die... Wasser für den Ziegenkorb holen. Dann muss ich da wieder zurück. Oh, das ist das Haus des... Oh, da ist die Brücke. Da ist die Brücke, aber sie ist kaputt. Das muss das Haus des Magiers sein, oder? Was haben wir denn für einen komischen Stein gefunden? Ein Stein mit einem Bild drin, oder so? Da kommen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir ihn irgendwo einsetzen, aber wo? Außen vielleicht irgendwo? Ich sollte mich zuerst um den Ziegenkopf kümmern. Dein Wunsch sei mir befehlt. Ach, guck mal. Haben wir hier noch Licht? Das ist tatsächlich das Haus von dem Serpentino. Oh, Essen. Ach, okay. Ja, ja. Ja, okay. Die Legende von einem gefangenen Berg. Jemand aus diesem Tal hat es geschrieben. Der gefangene Berg. Oh. Hans-Rudolf Serpental, oder sowas. H.R. Serpentini. H.R. Serpentini. Da steht er einfach. Und guckt. Und guckt. Okay. Vielleicht sollten wir erst mal Kaffee kochen. Das geht nicht. Lauf-Persinn. 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 Aber dummerweise rennen diese Viecher da noch rum. Ah, ein Holzblock noch. Ich schätze mal, ich kann das Bild hier irgendwo einsetzen. Händige Teile fehlen. Aha. Wir brauchen noch mehr davon. Die liegen vielleicht noch irgendwo hier rum. Die Frage ist, wie kann ich den jetzt ohne Probleme an diesen Wesen vorbeirennen? Und den Kopf wässern. Ich lege ihn einfach da hin und hau wieder ab. Jetzt kommt er tatsächlich hier an. Aber in die Häuser kann er doch nicht, oder? Ja. Das ist so krass, dass er uns beobachtet. Ihr habt schon im ersten Part gesagt, er beobachtet uns. Das stand ja irgendwie auf dem Berg. Okay, warte mal. Kaffee kochen. Soll doch Mut bringen, ne? Äh, das da? Boshia. Okay. Kaffee. Was ist das? Ach, das war ein abgebranntes Stück. Ah. Alles klar. Das habe ich schon und brauche es nicht mehr. Dann trinken wir uns mal Mut an, ne? Warten wir erstmal, bis der Kaffee kocht. Okay. Alles klar. Und trinken. Delirium, zwei von sechs. Okay, alles klar. Das ist, ah, Angst resistieren. Warte mal, wir haben doch noch einen Kaffee, oder? Aber dummerweise haben wir kein Holz mehr. Doch, wir haben doch ein Holz. Das heißt, ich hole mir nochmal Wasser und habe dann weniger Angst. Ah, alles klar. Ich hole mal die Ziege wieder. Okay, die Ziege habe ich gefüttert. Die rennen hier noch rum. Ich trinke noch einen Kaffee und dann lege ich mich ins Bett. Das sollte eigentlich klappen. Und dann sollten morgen keine Viecher mehr rumrennen. Weil so in der Nacht macht das, glaube ich, keinen Sinn. So in der Nacht ist das zu gefährlich. Und hier müssen wir noch die Mosaike finden. Damit wir in diese geheimen, in diesen geheimen Keller können. So, erstmal Tür zu machen. So, nochmal Kaffee kochen. Ein Stück raus. Das neue Stück rein. Ähm, anzünden. Anzünden! Ich sollte Kaffee draufstellen. Ah ja. Okay. Ähm, haben wir auch noch. Zack. So, dann kriegen wir nämlich noch einen Kaffee. Und dann haben wir insgesamt mehr Mut. In unseren Eigenschaften. Ich wusste nicht, dass wir, dass wir quasi so unsere Fähigkeiten verbessern können. Äh, dadurch, dass wir halt... Was haben wir denn da? Also dadurch, dass wir... Kaffee trinken. Das ist dann wahrscheinlich Angst, Leben. Ist unser Lebensbalken höher, wenn wir essen. Und wenn wir diese Gewehrmagazine finden, also diese Beschreibung, dann werden wir besser im Schießen. Beobacht mich. Nein. So, Kaffee müsste gleich fertig sein. Und für Kaffee brauchen wir mal Kaffee, Wasser und ein Holzstück. Okay. Alles klar. Gib mir meine Pfanne zurück. Und nochmal den Kaffee trinken. Delirium 3 von 6. Okay. Jetzt können wir uns eigentlich... Müssten wir uns eigentlich hinlegen können. Ich hoffe, es klappt. Ich sollte mich zuerst um den Ziegenkopf kümmern. Hab ich doch. Was soll ich denn noch von dem Ziegenkopf... Nochmal gucken. Sie sind so gut, meine Liege. Grazie. Sprechen. Du kannst sprechen. Natürlich. Natürlich. Ist das scheiße, ey. Wie? Du gleichst ihm sehr. Deine Hand gefällt mir nicht. An wen erinnere ich dich? Ein Freund meines Menschen. Schläft ein. Ich lasse sie schlafen. Ich sollte auch Schluss machen und ein Bett finden. Schlaf gut. Okay. Das ist cool. Okay. Ein Bett für die Nacht finden. Easy peasy. Ich hoffe, hier können wir ohne Probleme schlafen. Ohne, dass diese Viecher kommen. Ja, der Ziegenkopf schläft auch hier. Es ist teilweise so witzig und echt gut gemacht. Ich liebe das Spiel einfach. Ich liebe es. Es gibt auch immer so viel zu entdecken und so. Okay. Sollen bestimmt die Soldaten sein. Vielleicht haben alle Soldaten ihre Seele verkauft. Oder so. Ohne. 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 Oberen Stock untersuchen Okay, Kuh verlassen Guten Morgen, guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Hm Okay Oh, das Fenster Die Tür ist auf Warum ist die Tür auf? Der Lappen riecht nach Terpentin Ah Ich habe meine Teile der Brücke weggewischt Wir müssen die Brücke so reparieren Ah, ist ja cool gemacht Oh Düsterer Maler Also müssen wir was zum Malen finden Stift Es wird eine frische Farbe drauf tun Okay Und ein Pinsel Auch gut Neue Radiofrequenz Was haben wir hier? Das habe ich schon Mehr brauche ich nicht Das habe ich schon Mehr brauche ich nicht Oh, ein Puzzleteil Okay Mal sehen Dann Pinsel Und so malen wir die ganze Brücke wieder fertig So Wo sind sie für eine um Treib Oh Hallo Äh, nicht kommen wir Brennende Scheune gemalt Das ist mal eine brennende Scheune gemalt Auf dem Felsen Ja, ich sehe, dass wir die Brücke in der Karniäle nere sind Und das ist wirklich nicht Und das ist, dass wir hier regalieren können Das ist, dass wir die Brücke in der Karniäle nere sind Was ist dein Name? Wie ist dein Name? Es ist ein Scherz. Ich habe meinen Namen kennengelernt. Giovanni Serpentini. Was habe ich mit meiner Seite geschrieben? Oh, sie passen sehr lange mit ihren Gebern. Eine große Leber. Von hier, von hier. Das war mit meiner Liebe. In einem Porträt. In einem Gemälde, natürlich. Gefunden. 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 Den Ziegenkopf. Was kann ich ihm geben? Gefunden. Oh, das Buch. Die Serpentini sind wirklich geil. Okay. Wie ist deine Mutter? Das Buch. Adieu. Er spottet. Okay. So, ein zweites Puzzleteil haben wir auch noch gefunden. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht mitnehmen. Aber wir wissen jetzt, dass wir damit die Realität verändern können. Möglicherweise. So, ich gucke jetzt nochmal eben was hier. Auf jeden Fall dürften diese Wesen jetzt nicht mehr unterwegs sein. Wir brauchen dann noch eins. Ein drittes Teil. Aber wo könnte das sein? Im Haus? Vielleicht hier im Außenbereich. Irgendwo. Dritter Tag. So, jetzt können wir über die Brücke. Ist so geil, dass man durch sein Haus muss, um zum Imker zu kommen. Brücke und Imker. Wo findet man sich... Wo findet man hier das dritte Teil? Das ist natürlich gut versteckt, ne? Das hätte ich jetzt auch gut versteckt. Vielleicht liegt es aber... Oh. Platziere einen Gegenstand vom Inventar. Ich kann die später brauchen, um Dinge zu lagern. Ah, Tassen. Okay. Wahrscheinlich, wenn mein Inventar zu voll ist, dann kann ich die Sachen hier in dieser Hütte lassen. Das ist ja cool. Okay, nochmal oben gucken. Aber ich glaube... Ach ne, da ist er. Hm. Das brauche ich nicht mehr. Okay. Okay, mehr gibt es hier auch nicht. Scheinbar. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Und sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Ich finde es jedenfalls sehr geil. Ich würde es auf jeden Fall weiterspielen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und wir kriegen das hier durch. Und Tag drei machen wir dann weiter. Aber ich glaube, ich gucke mich dann in der nächsten Folge nochmal hier in diesem Ort um. Was es da noch so alles gibt. Vielleicht filmen wir ja dieses Mosaik-Teil noch. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück zu Mondown. Einem, ja, handgezeichneten Horror-Game. Und wir haben in der letzten Folge das Haus des Künstlers kennengelernt. Denn das ist der Weg, den wir gehen müssen, um zur Brücke zu gelangen. Doch eine Sache will ich jetzt auf jeden Fall noch gucken. Das ist übrigens das böse Mädchen. Obwohl, nein, ich weiß nicht, ob es böse ist. Ich weiß nicht, ob es böse ist. Jetzt in der Nacht rannten hier wieder die Strohgestalten rum. Deswegen können wir uns jetzt noch ein bisschen fröhlich umgucken. Ähm, habe ich nochmal einen Wasserpott? Der ist tatsächlich leer. Ich habe noch ein Buch. Tabak. Okay. Munition. Aber ich habe noch kein Gewehr. Wir brauchen hier noch eine Kachel, um in den geheimen Vorstellungsraum des Künstlers zu kommen. Und wir versuchen mal diese Kachel zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnten. Guck mal, da ist auch ein Ziegenkopf. Habe ich eigentlich den Ziegenkopf noch? Der schläft noch. Okay. Ähm, wir füllen schon mal unsere Kanne auf. Man weiß ja nie, wofür man Wasser braucht. Und jetzt gucken wir uns mal noch ein bisschen hier am Haus des Künstlers um. So kommen wir auf jeden Fall raus. Ob wir hier vielleicht noch irgendwo das Puzzleteil finden. Weil das letzte Puzzleteil wird sicherlich relativ gut versteckt sein. Hier ist wieder so eine Seilbahn. Wo führt sie hin? Da runter. Ich guck mal eben hier. Da geht es zur Brücke, da geht es zum Lift und zum Wasser. Hier geht es auch runter. Okay. Ziemlich groß alles hier. Hier ist nun der Fluss. Aber auch am Fluss scheint es nichts zu geben. Okay. Hm. Hm. Also, über die Brücke müssen wir auf jeden Fall nur gehen, damit es weiter geht. Wir gehen mal hier hoch und gucken mal, ob wir zum Wasser kommen. Oder ob wir wieder nur zur Brücke kommen. Da kommen wir auch nur zum Haus zurück. Burg? Was? Hier war doch was, oder nicht? Hier. Da ist Florina und es geht hier gut. Wo ist Florina? Ach da, mit den Ziegen. Okay. Sie geht über den Berg. Okay. Aber ich will auf jeden Fall noch... Auf jeden Fall will ich noch das letzte Mosaik finden. Hm. Vielleicht da oben. Auf diesem Gipfel. Aber wie kommen wir da hin? Wir werden das herausfinden. Ich glaube nicht, dass hier im Haus des Künstlers noch... das letzte Puzzleteil versteckt liegt. Oder Mosaikteil. Warte mal, vielleicht hier an dem Bild. Uh. Uh, warte mal. Ich hole erstmal meinen Wassertopf. Und dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Ich denke mal, man kann sehr viel länger in dem Spiel verbringen. Und das werden wir auch tun, denn ich will alles rausfinden. Wir werden eine Weile wahrscheinlich hier noch... verbringen in dem Spiel. Huch. Da geht's nicht hoch. Mal sehen. Wieder Feuer gemalt. Es regnet wieder Steine. Es ist das Bild, was er gemalt hat, als Steine regneten. Da steht unser Movel. Oh. Mal kommen wir da noch hoch. Spärlich gebaut hier. Oh, vielleicht kommen wir aufs Dach... aufs Dach... aufs Dach von dem Haus oder so. Huch. Wurms tot. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Hat uns das jetzt irgendwie Lebensenergie gekostet? Ich glaube, Lebensenergie haben wir nicht. Okay. Ich will mal gucken, ob wir da oben auf dieses Kreuz... äh... zum Kreuz kommen, auf diesen Berg hier. Das alles irgendwie Sinn ergibt. So, da steht unser Movel. Da ist diese Seilbahn. Wo führt sie hin? Runter ins Tal wieder. Diesen Pfad sind wir auch gegangen. Die Seilbahn führt nach hier unten. Und dann kommt man hier den Berg wieder hoch. Also man wird wahrscheinlich wieder zurückkommen. Ich gucke jetzt aber erstmal, dass ich auf den Berg komme. Kann ich den Movel eigentlich wieder beladen? Kriege ich dann irgendeinen Bonus, wenn ich den Movel jetzt wieder mit Heu belade? Und das Heu wieder abliefere? Die Welt ist schon ziemlich groß, ne? Da oben... Was ist das? Ein abgebranntes Haus? Okay. Da müssen wir definitiv auch mal gucken. Definitiv. Aber da geht's auf den Hügel hoch. Hier haben wir doch einen Schlüssel auch gefunden. So, hier können wir den Movel rufen. Da ist er. Ah, ist ja lieb. Okay, hier haben wir einen Schlüssel gefunden. Einen Schlüssel. Aber wir hatten, glaube ich, so einige Schlüssel, ne? Das ist so ein universeller Schlüssel. Wo haben wir den? Da haben wir den noch. Einen. Da die durchnummeriert sind, denke ich mal, sind das allgemeine Schlüssel für irgendwas. Aber erstmal auf den Gipfel. Hier ist eine Bank. Und hier haben wir einen Aussichtspunkt. Können wir wieder malen. Da ist dieser bedrohliche Berg. Ich denke, früher oder später werden wir da hoch müssen. Kartograf. Zwei von sechs. Okay, hier geht's in den Tunnel rein. Mal sehen. Die Übersicht. Hier sind wir hergekommen. Sind hier durch den Tunnel gefahren. Sind hier beim Movel Endlader raus. Hier ist der Aussichtspunkt. Die Hütte des Künstlers. Die Brücke. Da können wir auch noch irgendwie hoch. Hm. Aber ein Mosaikteil liegt hier auch nicht. Da sind noch mehr abgebrannte Hütten. Da können wir irgendwie hoch, ne? Hier sind verschiedene Tunnel. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen mit dem Movel hier nochmal ein bisschen rumfahren, ne? Warte mal, doch die abgebrannte. Kenne ich die nicht? Waren wir da nicht? Sind wir da nicht reingeflüchtet? Vor den Wesen? Ich glaube schon. Mit der Badewanne. Ja, da war ein Safe Point. Hier war der Safe Point. Und hier kamen wir über diese... Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Dumpen. Hier unten war ein Safe Point. Aber mehr war hier, glaube ich, nicht, ne? Sammelkarten, die ich gefunden habe. Und ein Safe Point. Nichts, wo wir einen Schlüssel benutzen können. Okay, da können wir noch Bahn fahren. Bevor wir über die Brücke gehen. Da kommt man hin. Ich will mal rutschen. Wir rutschen jetzt erstmal. Und irgendwie muss man dann ja eh wieder zurückkommen. Hier über diesen Weg. Ich glaube, solche Wege gibt es wirklich. Nicht nur in der Schweiz, auch in Österreich. Oder in anderen bergigen Landschaften. Total creepy. Genau, so sind wir nämlich hier überhaupt erst zum Haus des Künstlers gekommen. Als wir vor Panik die Flucht ergriffen haben. So, jetzt müsste ich nur noch mal wissen, wo der Lift war. Ich glaube, hier. Da vorne ist er. Alles einsteigen. Hui. Da führt auf jeden Fall der Pass hoch. Mal sehen, was es hier unten gibt. Fluss halt, ne? Weiter den Fluss. Hm. Aber auch nichts, 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 was irgendwie... Auf dieses Ding hier steht, ey. Nichts, was irgendwie nach Mosaik aussieht. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Da sind auch noch abgebrannte Hütten. Lohnt sich auf jeden Fall immer die zu untersuchen. Ach, das Schloss. Ach, hier kommen wir raus. Hier oben. Verstehe. Hier können wir wieder den Mowel rufen. Hm. Bedrohlicher Berg. Ja, da macht das alles natürlich Sinn, ne? Gott, dieser Mosaikstein, der könnte überall sein. Vielleicht müssen wir mal die Straße weitergehen. Oder wir fahren sie mit dem Mowel weiter. Ach so, das heißt Mowel Entladestation 100 Meter rechts. Hier lagen ja nur die Patronen. Sonst gibt's hier nichts. Ach, bei Tag ist mir das viel lieber hier. Ein Glück haben wir keinen dynamischen Tag-Nachtwechsel. Sonst würde mich das, glaube ich, echt fertig machen, wenn wir immer wieder diese Wesen hier wären. Hm, okay. Aber jetzt ist der Weg auch nicht mehr versperrt. Jetzt könnten wir theoretisch weiterfahren nach da oben. Ich glaube, das mache ich mit dem Mowel. I got the Mowel, Mowel. Da ist auch wieder dieses Schloss, dieses Turmzeichen hier. Was bedeutet das? Und wofür war der Schlüssel, der hier lag? Hier ist nur die Aussichtsplattform, ne? Okay. Dann lass mal einsteigen. Warte mal, es steht hier noch auf den Schildern. Können wir eben aussteigen. Den Honig gibt's da, die Brücke gibt's da. Da geht's zur Kirche und da geht's zum Lift. Okay, Lift. Lift kann ja auch interessant sein, ne? Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Auf jeden Fall steht da wieder ein altes Haus. Da gucke ich auch mal vorbei. Wenn wir denn da hinkommen, aber es sieht so aus, ja? Tagsüber können die Viecher ja auch hier rumrennen. Da müssen wir aufpassen, ne? Die verstecken sich dann manchmal hier auf so Heubodenböden. Hier liegt aber nichts rum, was irgendwie von Interesse wäre. Schade. Schade, schade. Brücke, Honig, Skilift. Fauen wir da mal weiter. Hopp, hopp. Hm. Einreise, die ist lustig. Eine Reise, die macht Spaß. Hier ist wieder das Haus des Künstlers. Aber was ist da oben? Wie gefährlich sind diese Serpentine hier? So. Okay, ja. Aha. Okay, die Straße ist blockiert. Ich muss einen Weg finden, die Straße freizukriegen. Ich denke mal, dann wird das eher ein Fall fürs nächste Mal sein. Oder für später. Uh. Gefährlicher Move-Fahrer hier. Uh. Bums. Alles gut. Nichts passiert. Hm. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Brücke jetzt letztendlich über... Es sei denn, wir laden hier noch ein bisschen Heu ein. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Da hinten lag, glaube ich, auch noch ein bisschen rum. Äh. Äh. Und nochmal zurück. Da. Hm. Können wir das jetzt direkt schon abgeben? Ich werde mal nur, wenn es voll ist. Na, komm schon. Ne. Also ein bisschen Heu haben wir. Hm. Aber wofür war dieser scheiß Schlüssel? Okay. Gucken wir uns doch mal ein bisschen bei dem Haus des Künstlers um. Ich möchte nicht der Idiot sein, der das letzte Mosaik verpasst und wir ein ganz tolles Easter Egg sehen oder sonst was. Deswegen so ganz grob mal in die Ecken gucken, wobei ich nicht glaube, dass das hier irgendwo im Garten rum liegt. Hm. Spezialausstellung. Weißt du was? Wir gehen erstmal über die Brücke. Gucken wir mal, wo wir gehen. Warte mal. Ach nee, da ging es nur runter zum Fluss. So. 18 Minuten rum. Oh, es gibt sogar Licht auf der Brücke. Bleib bitte an Licht. 18 Minuten rum und nur erkundet hier. Oh. Oh, oh. Vielleicht liegt es aber auch hier irgendwo in der Ecke. Weißt du? Wir sehen es nur, wenn wir rückwärts gehen. Okay. Möglicherweise. So Geocache mäßig. Weißt du? Es könnte überall sein. Hier können wir noch unter die Brücke. Hm. Ein weiterer Schlüssel. Okay. Jetzt haben wir schon zwei davon. Das Bild. Das Bild, das hing doch auch bei uns im, das Bild hing doch auch bei uns im, äh, im Haus des Großvaters. Und wir wussten nicht, wer das ist. Ja, wer ist das denn? Hä? Ist das das Ziegenmädchen, was wir hier hören? Die sinkt leicht. Okay. Hier liegt sonst auch nichts mehr. Andere Seite vielleicht. Da liegt nur der sichere Tod, wie es scheint. Aber hier ist auch nicht viel besser. Okay. Wir haben einen Safe Point. So, zur Orientierung. Das Haus des Künstlers liegt da. Hier ist der Garten mit dem Brunnen. Und hier ist der Lift, den wir gefahren sind, bis nach unten. Und die alte Hütte, wo der Safe Point war. Was haben wir noch? Der Aussichtsplatz, wo wir gezeichnet haben. Und hier ging es dann den Berg hoch irgendwo. Hier. Wo aber zugeschüttet ist, wo wir nicht weiterkommen. Da ist der Tunnel. Wo wir uns irgendwie den Weg freimachen müssen. Also das ist irgendwie schon so der einzige Weg, den wir hier gehen können. Und wir müssen ja immer noch diesen Typen im Bunker oder was das war. Oh. Eine Hütte. Müssen wir immer noch eine Flasche Schnaps bringen. Okay. Eine neue Gegend. Mal sehen. Das könnte noch ein Aussichtspunkt sein. Da kommen wir aber so easy peasy nicht hin, hä? Oder war das der? Das war der Aussichtspunkt. Das war der Aussichtspunkt. Und was ist da? Ach, die verbrannte Hütte. Okay. Das heißt, hier sind wir wirklich in Neuland. Ach, hier geht es noch weiter. Einfach nur zur anderen Seite. Das sieht ja echt übel aus hier oben. Okay. Was haben wir denn hier? Honig. Da geht es zur Brücke. Zum Lift. Wieso geht es hier zu... Ach so. Da sind wir hergekommen. Zur Brücke. Zum Lift. Da steht wieder ein altes Haus rum. Und ein Bergsee. Klar wie... ...ein Spiegel. Aussichtspunkt. Oh. Gib mir das. Okay. Ein Bild. Oh, wir müssen die Zig... Ah, wir müssen die Zigarre tragen, damit wir zum Inka kommen. Ein Hinweis. Okay. Also die Pfeife, nicht die Zigarre. Ist cool, dass wir schwimmen können. Die Pfeife müssen wir rauchen. Damit wir die Bienen nicht ärgern. Ich geh mal erstmal zum Aussichtspunkt. Dann kriegt man so eine Karte und auch ein Achievement, ne? Außerdem sind hier Hütten. Das sieht ja nicht so gut aus. Oh. Da ist wieder ein Kreuz mit der... Mit der Sonne hier. Ah! Was? Das war krass. Die Gimahl. Nein. Die Gimahl. Wie krass war das denn? Okay. Das ist eine Räucherstube. Oh, okay. Patronen. Hier bist du wirklich nirgendwo sicher. Du bist einfach nirgendwo sicher. Ich glaube, das war nur für die Patronen. Für neugierige Menschen wie mich. Wir hätten auch einfach die Patronen von außen nehmen können. Dann hätten wir uns das nicht passiert. Ist das dann vielleicht auch eine Räucherhütte? Oh, da oben. Das Mädchen. Das ist das Ziegenmädchen. Das ist es doch, oder? Ja, ich glaube schon. Aber wir erkunden jetzt erstmal den Berg hier oben. Noch weiter. Ich suche mal den Aussichtspunkt. Okay, Aussichtspunkt. Und hier geht es wieder zum Bienen. Also es ist nicht so groß, dass man sich verlaufen kann eigentlich. Aber doch groß genug, um ein bisschen erkunden zu können. Und das mit dem Fernglas macht auch wirklich Sinn. Ich frage mich, ob man hier irgendwo hin kann noch. Ob da noch irgendwas Interessantes ist. Ich hoffe mal, ob wir trotzdem erstmal zum Aussichtspunkt kommen. Da steht auch noch eine Hütte. Das könnte eher die Hütte für den Honigmann sein. Wie heißt denn jemand der? Ein Imker. Genau. Der Honigmann. Der Honigmann 2. Es wird wieder geklebt. So, da geht's hoch. Hoffentlich kriege ich mal bald was zu essen hier. Oh. Wieder eins. Nice Hütte. Können wir die aufmachen? Okay. Frag ja nur. Lüft. Hütte, Aussichtspunkt, Honig. Okay. Was zum Teufel? Ist das extra oder was? Sollen wir da extra reingucken können? Kein Türgriff auf dieser Seite. Okay. Mysteriös. Aber wie? Ich glaube, das ist ein Fehler hier. Das ist ein Fehler. Ah, der Aussichtspunkt. Dich haben wir doch eigentlich gesucht hier. So. Ah. Schwebt er? Das ist der Imker. So. Kartograf 3 von 6. Das ist die andere Seite des Tal, des Berges. Ah, hier sind schon Inseln aufgezeichnet. Wir sind da oben. Das ist der Imker. Hier ist noch eine Rauchhütte. Ist das die Hütte, wo wir eine mal Decke gekriegt haben? Nee, hier ist der Imker. Na, wir werden es noch erfahren. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Ich hoffe nicht, dass dann wieder Nacht wird. Oh, hier kann ich mal eben auf diese Inselsteine gucken. Da irgendwas interessantes liegt. Aber möglicherweise sieht man das auch gar nicht von hier. Wir werden dann doch gleich mal wahrscheinlich einen Abstecher machen und da mal drauf schwimmen. Da ist er doch. Oh. Oh. Warte, warte. Ha. Imker. Wie können wir ihn besiegen? Scheiß, Imker. Okay, ja, ich bin schon weg. Oh, hier. Oh Gott, ey, wie creepy. Was zum Teufel ist das der Yeti? Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Renn schon. Man wird hier aber auch nirgends so in Ruhe gelassen, no? Okay, hier gibt's Wasser. Das ist ein sehr gefährlicher Ort. Okay, er ist schon mal abgebrannt. Einige Gegner können nicht verletzt werden. Fuck. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal in dieses Haus zurück. Hey, Ziege. Ist das Ziegenmädchen hier? Ich bin nochmal in diese Rauchstube hier. Okay. Oh Gott. Ach, nee. Äh, äh. Okay. Wir müssen die richtige Reihenfolge hier läuten. 1, 4. 2. 3. Ich hab nur geraten. Und haben wir was gekriegt? Was hab ich gekriegt von dem? Ein Schlüssel eingeheim. Einen geheimnisvollen Schlüssel. Okay, ich hab noch einen davon und einen davon. Oh nein, da kommt der, der, der Bienenmann kommt da wieder. Wir müssen ganz schnell in diese Hütte rein. Au. Ich will an dir vorbei. Also der ist mal krass, der Typ. Der ist krass. Los, lauf. Also den können wir nicht besiegen. Das ist wahrlich ein Horror-Game. Auf so vielen Ebenen. Ist einfach so abgedreht und so verrückt. So, das scheint aber der Imker zu sein. Ich hoffe, wir haben jetzt hier unsere Ruhe. Vielleicht können wir den Schlüssel hier nutzen. Ah, hier kann man sich auf jeden Fall einen Kaffee kochen. Aber haben wir noch Kaffee? Hier können wir nur ablegen. Was? Wir können nur Sachen ablegen. Ist das eine Schublade da oben? Platziere Gegenstände vom Inventar. Okay, hier können wir uns Kaffee kochen. Was gibt's hier noch? Das Bild. Aber wo krieg ich den Honig her? Oh, eine Radiofrequenz. Neue Radiofrequenz entdeckt. Und ein neues Bild. Ein Teil von vier. Ja, wahrscheinlich der Heilige, der gegen den Teufel kennt, ne? Kämpft. Oh, wir können speichern. Sehr gut. Und hier? Feurio. Okay. Speichern. Speichern wir mal. Also ich vermute mal, wenn wir nochmal in die Karte gucken, dann sind wir jetzt hier. Und hier ist die Räucherhütte und dann müssen wir hier rum und hier ist der Imker. Aber die Hütte ist auch noch da. Okay, da gehen wir hin. Müssen wir leider nochmal an ihm vorbei, aber wir können auch einfach außen rum gehen. Ist zwar ein bisschen länger, aber dann sind wir safe. Dann kann der mich mal. Jetzt ein Mowel. Da wollte ich nämlich eh nochmal in der anderen Hütte gucken. Die da aufgezeichnet war. Aber ich befürchte irgendwie, das war die Hütte, wo wir einen immer über den Kopf gekriegt haben. So, der Aussichtspunkt. Die geheimnisvolle Hütte, die wir nicht aufkriegen. Weil kein Griff dran ist. Aber der geheimnisvolle Schlüssel ist auch nicht dafür. Hm. Okay. Was war hier? Ach, nur das. Na, geht nicht auf. Okay, vielleicht gucken wir das später nochmal zu. So, da war die Rauchhütte. Da war die Hütte, wo wir einen drüber gekriegt haben. Also die? Da muss da unten noch eine sein. Aber da, doch da. Warte mal. Tun wir die erstmal wieder weg. Tun wir die erstmal wieder weg, die Pfeife. Die Hütte. Okay, ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Aber ich glaube, die Hütte, da haben wir die Patronen gekriegt. Mit einem über den Deckel. Aber ich wiederhole mich. Ich will jetzt zu der. Ah, der Imker rennt da auch rum. Das scheint die Imkerhütte zu sein. Oh Gott, das wird noch ein bisschen schwierig hier, ne? Das könnte schwierig werden. Da rennen zwei Imker rum. Das ist ja die reinste Hölle. Was liegt da? Steine. Ich will stapeln können. Okay. Die Frage ist, ist da irgendwas Interessantes auf der Insel? Ich kriege gerade einen Hustenreiz, habe ich das Gefühl. Da liegt nichts. Was ist denn dieser Hütte? Wie kommen wir da rein? Oh, ah. Rauch, Rauchhütte, Schlüssel. Okay. Oh oh. Uh. Macht zu. Walkie-talkie. Ah, den habe ich schon. Oh. Ein Walkie-talkie. Ist da jemand? Korrekte Funksprache. Wer? Ach, das ist der Typ im Bunker. Cedrovers. Primo. Feind für das Gauras. Sekundo. In Haarse, Kontrautus. Terzo. Welpe, Florina. Je vai ombo tot il Furnimen. Procurar per totes annunziar pushpai. Over. Je vai ombo tot il Furnimen. Procurar per totes annunziar pushpai. Over. Adia, Corporal Walter. Lunga ist der Funk. Over and out. Okay. Nice. Das heißt, hier brauchen wir erst mal. Honnichtöpfe sind leer. Das heißt, okay, hier können wir erst mal speichern. Schlafen. Mit Brett. Ich habe mir schon mal Wasser hier bereitgestellt. Oh. Ja, alles klar. Oh. Aua. Ihr könnt euch so lange die Knaben anschauen. Okay, hier können wir wieder schlafen. Habe ich schon. Holz nehme ich noch mit. Tabak habe ich schon. Funkgerät. Okay, wir brauchen erst den Honig. Hier können wir schlafen. Das heißt, wir rüsten jetzt wieder unsere Pfeife auf. Ich versuche mich aber... Ich renne ja hier überall rum. Oh. Hm. 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 Das sind die Waben. Okay. Wir müssen irgendwie da rein. Aber er muss vorher da raus. Oh oh, er hat uns entdeckt. Komm schon da rein. Wo kriegen wir den Moor nicht? Oh, hier. Eine Kutte. Was? Die Schöpfe sind leer. Können sie mir jetzt nichts mehr anhaben? Muss ich selber den Honig ernten vielleicht? Jetzt sehe ich genau aus wie sie. Oh, hier. Oh oh, oh oh. Nein, nein, nein. Hier. Ich muss wieder weg. Wo kriege ich denn den Honig? Was ist das hier denn? Muss ich hier den Honig finden? Da hinten. Da. Ich sehe ihn. Nichts schnell genug. Okay. Da weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Da weiß ich, was ich tun muss. Diese Atemmaske scheint nicht dauerhaft zu helfen, irgendwie. Okay. Kann ich hier noch was laden? Scheiße. Au. Au, 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 au. Pfeife. Nein, pfeife. So, jetzt aber flotty hier. Flotty-Carotty. Das ist echt creepy hier mit dem Honig, ey. Nein, nicht du. Das ist auch so krass, dass sie hier die Menschen als mit Honigfarben haben, ey. So. Rein und raus in zwei Minuten. Der Stoff ist dick. So. Geschafft. Oh, die sind hinter mir her, weil ich den Honig geklaut habe. Ich bin einfach nur weg. Okay. Ich hab den Honig. Ich hab den fucking Honig. Schnell hier ausrüsten, falls die nochmal wieder kommen. Ich mach einen großen Bogen. Da ist die Hütte. Ich verklappe das nicht irgendwie so ganz. So. Erstmal speichern. Okay. Ich hab alles. Ich hab alles. Dann ruhe dich aus. Du wirst vorgeladen. Over. Funksprache. Okay. In der Steinhütte im See Zuflucht. In der Steinhütte beim See Schlafen. Dann machen wir das jetzt mal. Hier drin ist es zu hell zum Schlafen. Ich sollte den Raum abdunkeln. Okay. Sonst noch Wünsche? Okay. So, dunkel genug. Wo soll ich denn noch den Raum abdunkeln? Das muss ich mich verarschen. Ach so. Licht vielleicht ausmachen. Nein. Jutsu. Besser. Ah, okay. Wie wir unser Brett nehmen. Nehmen wir das Brett. Alles klar. Damit keine bösen Geister auf unserer Brust sitzen können. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein neuer Tag oder eine neue Nacht. Oh Gott. Da leuchtet was. Ich will aufstehen. Okay. Das haben wir schon. Ein Stück Holz nehme ich mit. Okay. Fliegende Laternen. Oh, in den Schatten sieht man die Soldaten. Aber man sieht nur die Laternen. Aber im See spielt. Das ist ja cool gemacht. Okay. Aber wo müssen wir hin? Ich habe keinen Kaffee mehr. Blockierte Straße verräumen. In der Steinhütte. Beim See schlafen. Wollte das Bunker finden. Soll ich jetzt nochmal schlafen? Also sie streichen. Die Soldaten streichen immer noch durch die Nacht. Ach, guck mal. Die Lampe macht dasselbe Symbol wie dieses Sonnensymbol. Symbol. Okay. Nacht schlafen die scheinbar. Ich schätze, wir müssen auf diese Insel, hä? Ist da der Eingang zum Bunker? So schön die Nacht wieder. Hm. Vielleicht können wir ihn nochmal kontaktieren jetzt. Und fragen, wo wir hin müssen. Was der nächste Schritt ist. Können wir nicht. Wäre ja auch zu einfach. Also da jetzt diese Wesen am See da sind, würde ich sagen, müssen wir zum See. Irgendwie. Wenn wir denn überhaupt hier rauskommen. Die Frage ist, greifen sie mich an? Die Frage ist, muss ich sagen. Vielleicht müssen wir ihnen einfach folgen Das ist so krass, wie die sich hier Die haben auch diese Hand so Genau wie wir Haben wir alle denselben Fluch? Das sieht doch wie eine Tür aus, oder? Okay, wir haben den Bunker gefunden Ich wusste, dass es auf dieser Insel etwas gibt Ja, er ist ja auch ein ehemaliger Soldat gewesen Ich sollte mich zuerst hier umsehen Oh Ich brauchst bei was Laterne Mit diesem Symbol Einige Gegenstände können nur im Inventar ausgerüstet werden L, Laterne Einige Gegenstände können im Inventar ausgerüstet werden Okay Okay L für Laterne Ist mir immer sympathisch, wenn sie das nicht auf F legen, sondern auf L Für Licht Oder Laterne Wollte das Bunker finden Oder Walters Walter im Bunker finden Darunter Und was ist, wenn wir links gehen? Keine Sorge Ich verlaufe mich nicht Ist echt wie so ein Labyrinth, ne? Was ist das hier denn? Ist verdammt cool gemacht hier mit den Schatten Ich liebe sowas Sagen wir nach rechts gehen Ich will mich aber trotzdem hier noch umsehen Da geht's wieder hoch Nach links Nach rechts Ach da Okay, der Bunker ist wahrscheinlich zu groß Wir würden uns nur verlieren Was haben wir mitgenommen? Ein bisschen Stroh? Sieht so aus, ne? Hm Oh, für die Ziege! Ach, das ist das Röhrensystem Müssen wir das Heu ausrüsten? Lass mich rein Oh Okay Können wir noch was mitnehmen? Ne Weil da war doch noch so ne Tür Ich folge jetzt einfach den Soldaten Hier ist wieder Heu Keine Flasche Flasche Seine Medizin Großvater Jemand, der wacht? Wen ich gefunden habe Hier Die Ziege Allergia Allergia Verdammter Großvater Ja? Ja 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 Welche Idee? Adieu. Walter im Bunker finden. Okay. Florina den Honig geben. Alles klar. Was gibt es denn sonst noch hier im Bunker? Ah. Speichern auf jeden Fall. Hier wartet sie wieder, um was zu fressen zu kriegen. Siehst du, was haben wir hier? Ah. Die Karte des Bunkers. Ach du Scheiße. Porta in Sia. Kanun. Labyrinth. Chaler. Das ist der Eingang. Hier sind wir quasi... Okay. Porta Sia Mundown. Gibt es das wohl wirklich in Mundown? So eine Festung? Ich habe in den Comments gelesen, die Schweizer haben sich wohl wirklich verbarrikadiert. Hier in diesem... Ja, in den Bergen. Und haben... Habt ihr geschrieben? Schutzmechanismen aufgebaut. Fake Dörfer sozusagen. Schlafbereich. Um ein... Ja, um auf einen Angriff vorbereitet zu sein. Oh, Toilette. Sehr gut. Hi, Florina. Du bist immer so ein nettes Mädchen. Florina ist recht still. Ich habe dir was mitgebracht. Florina sagt immer noch nichts. Hier. Der... Honig. Dein Zimmer. Oh, Florina hat mir einen Aufziehschluss gegeben. Du hast einen Gegenstand erhalten. Oh. Die Ziege im... In Florinas Raum umsehen. Wir haben eine kleine Ziege bekommen. Die führt so eine Bahn her. Ah, ist der Schlüssel dafür? Kommt hier gleich was? Platziere einen Gegenstand. Die? Oh. Dem Seilbandline folgen. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Ich muss der Seilbahn folgen. Ich war leider zu langsam. Aber wohin? Oh, ein nettes Badezimmer, ne? Da kann ich nicht drauf gehen. Oh. Hier. Ich liebe es. Fertig? Oh, Klopapier. Sehr schön. Für das große Geschäft. Kann ich aufstehen? Ah, danke. Wofür brauche ich das Klopapier? Oh. Ach. Toilette. Ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken. Hier lag zum Beispiel auch ein Bild. Florina, wie sie Schlitten fährt. Florina, wie sie die Ziegen hütet. Über die Brücke geht. Aber sie ist traurig. Und der verrückte Maler ist da. Hm. Und den Bunker, wo sie zusammen mit ihrem, weißt du, der Onkel lebt. Großvater. Okay. Ich muss nochmal. Wohin soll ich dir denn folgen? Ich habe keine Ahnung. Betten. Können wir auf jeden Fall schlafen, hä? Oh, da ist noch einer. Oh, noch Munition. Der sieht aber nicht mehr so fit aus hier, hä? Alle irgendwie nicht mehr. Ist ja auch nicht der richtige Ort für Florina hier, hä? Folgen wir mal dieser Seilbahn hier. Mal sehen, wo sie hinführt. Oh. Fünf. Wo ist mit einer Lampe hin? Dem Seilbähnlein folgen. Da ist die Geschichte, der Teufel und die Soldaten. So nach und nach erfahren wir die Geschichte des Großvaters, was? Warum er einen Pack gemacht hat. Oder hat er überhaupt einen Pack gemacht? Der Priester wieder. Hi! Eine ungetaufte Seele im Tausch dafür, den Feind unter dem Schnee zu begraben. Was ist denn eine ungetaufte Seele? Vielleicht eine Ziege? Da ist der Feind. Ah, okay. Der besoffene Korporal. Lenne mir, es ist nur ein Spiel. Also unser Großvater hat den Vertrag mit dem Teufel unterzeichnet. Wer ist hier alt? Was ist mit beteil заключ 80%? Also das ist der Feind unterzeichnet. Was ist der Feind sch 53%? Was ist der Feind schходит? Der ist natürlich tot. Der war schrecklich. Dann sagen wir uns nicht. Ja, der Feind wirkt mit einer Lauf. Ha, krass. Wo wohnt er denn? Ich habe keine Ahnung. Also im Austausch gegen eine ungetaufte Seele, die er in 10 Tagen abgeben muss, hat er den Feind besiegt. Ich hoffe jedoch, ich hoffe nicht, ich bin die ungetaufte Seele. Okay. Was hast du getan? Oh, ist ein Schlüssel. Schloss für Figuren Schlüssel finden. Großpapas Haus. Ja, ja, oben. Oben, oben. Gab es ja noch sein geheimes Zimmer. Das heißt, wir müssen jetzt wieder irgendwie zurückfinden hier. Oh Gott, zurückfinden. Morgen mit Walter reden. Okay, im Bunker schlafen. Erstmal jetzt wieder den Bunker zurückfinden hier. Und dann hier rausfinden. Warte mal, so kompliziert ist das ja gar nicht hier scheinbar. Oh, eine kleine Kapelle. Und ein Radio. Was haben wir hier? Warte mal. Zu hell. Die Wesen, ich tue sie mal in der Laterne. Ah. Nice. Wir können, wir können die scheiß Schattenwesen ver... Ja, nice. So, ich muss jetzt dennoch hier weiter folgen. Um wieder zurück in den Bunker zu kommen. Ach, das war ja einfach. Okay. Toiletten, Schlafräume. Vielleicht können wir dann da raus. Sollte vielleicht ein bisschen einfacher sein. Er pennt mit dem Ziegenkopf. Ist hier noch ein Bett frei? Das hier, ne? Ich muss dringend pinkeln. Okay, haben wir doch gerade erst gemacht. Toilette. Die Arme redet im Schlaf. Sie hat Ziegenbettwäsche. Wie süß. Oh, warte. Ich werde jetzt auch nichts mehr machen. Okay, Toilette. Ich finde das immer noch so extrem gruselig. Wir gucken, in den Spiegel verwandeln wir uns. Aber dadurch hat sich hier nichts verändert, ne? Okay, gehen wir nochmal pinkeln. Das war einfach nötig. Okay, das ist so unglaublich gut, ey. Komm her. Ich habe mein Licht dabei. Okay. Wir können es damit nur aufhalten. Aua, aber wir kommen nicht daran vorbei. Okay, nichts mehr weg. Wir müssen jetzt hier bekämpfen. Ach, scheiße. Okay. Äh. Wir müssen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Wir müssen die erst zurückgehen lassen. Die Laterne nur im Notfall benutzen. Oh, wir hatten gar kein Savegame. Ah, ich habe das nicht gesagt, dass wir uns nicht wollen. Äh, aha. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was nochmal machen hier. Wäre schön gewesen, wenn wir dann noch ein Savegame hätten. So, Laterne mitnehmen. Äh, ja. Das war die richtige Richtung. So, schlafen. Ich schätze mal, wir müssen erst schlafen, dass er sagt, ich muss erst aufs Klo. Oh, süße Träume wollen wir ja noch wünschen. Na, komm schon. So. Na, mal drauf aufs Pädchen. Aber trotzdem, so genial. Du erwartest es einfach nicht. So viele Sachen erwartest du einfach nicht in dem Spiel. Das finde ich halt so cool. Die Geräusche sind doch echt gruselig. Die Geräusche sind doch echt gruselig. Die Geräusche- So, ich hab die jetzt mal weg. Eigentlich müsst ihr die gleich verbrennen. Brennt, ihr Bastarde. Oh, 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 oh. Ich muss noch abspülen. Okay. Wir haben sie besiegt. Wir haben sie besiegt. Erstmal speichern. Oh, der Schnaps ist alle. Wie schade. Dann können wir jetzt schlafen. Hier hat es wieder keiner mitbekommen. Was? Ach, die Ziege. Ich dachte gerade, wer liegt hier da unter meinem Bett? Das ist die Ziege. Alles klar. Oh Gott. Aber wie sind diese Wesen hier reingekommen? Diese Strohmänner. Die Strohmann. Ist ja eigentlich was anderes ein Strohmann. Okay. Okay. Der Corporal ist weg. Ich soll nochmal mit Walter reden. Hoffentlich ist er heute besser drauf. Erneut mit Walter reden. Servus. Betrunken. Oh, direkte Worte. Er ist seit Jahrzehnten im Berg. Er hat ihn abgefangen. Okay. Sie haben ihn überlistet und gefangen. Dunkle Kapelle. Sie haben ihn überlistet und gefangen. Er muss auf die Gäste geben. Der Schlech. Das Minimum kann man dir. Man kann es nicht sein, es kommt für die Buche. Er hat mit Florin und seinen eigenen Felgen. Er hat eine Brüche und den schwachen. Frennen wir nach dem Tunnel in der Region des Pizs. Die Straße des Pizs ist blockade. Dann müssen wir den Bunker nicht mehr in den Bunkern. Wir haben den Kupremura nicht mehr in den Granaten, sondern wir müssen den Kupremura nicht mehr in den Kupremura nicht mehr. Wir wollen hier, du brah! Nur die Florina. Sie sind schon mit Freude und Freude. Sie sind in der Vision von der Hause des Kupremura-Artisten. Sie sind in der Hand. 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 Okay. Du hast deinen Gegenstand erhalten. Allergias Kopf bei der Heustation holen. In der Nähe des... War in der Nähe des verrückten Malers. Und blockierte Straßenfreiräume mit einer Kanone. Soll ich den benutzen, um da rauszukommen? Wahrscheinlich schon, ne? Das wirst du brauchen. Ja, da geht's schneller raus, ne? Hoffentlich. Da müssen wir jetzt wieder durchs ganze Tal gehen, glaube ich. Oh mein Gott, ist der Bunker groß, ey. Haben wir ja wenigstens Tag, wenn wir oben sind. Das ist aber nicht der Bunker, wo wir reingegangen sind, oder? Es verändert sich alles so. Es ist so wie in Outlast 2. Das fand ich immer noch die Geistesshäle. Du bist da ewig und immer tiefer in diese scheiß Höhlen reingegangen. Vierter Tag. Ach, wir sind bei der Kanone. Okay. Du bist ja ewig, ewig in diese, diese, ähm, in diese Höhlen immer tiefer reingegangen. Und als du wieder klar im Kopf warst, warst du eigentlich gar nicht tief drin. Äh, okay, okay. Mal sehen. Wir müssen jetzt den Hang freischalten. Erstmal Licht machen. Erstmal speichern. Kann nicht schaden. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder raus, ne? Ja, ich sollte mich noch umsehen. Okay. Kanone benutzen. Links schließen. Kuh verlassen. Ach, schießen. Das scheint ja der Bergkrank zu sein, ne? Ein bisschen höher. Oh, wir müssen wirklich alle, alle abschießen hier. Okay. Blockierter Hügel ist frei. Zur Gipfelregion hochfahren. Okay. Die scheiß Imker, die können mich mal. Das ist ja cool gemacht hier. Ah, wie nice. Mit Zielfernrohr. Ach, wie geil. Das Spiel ist so, so detailverliebt. Ich liebe es einfach. Gut, da hinten haben wir die Region freigeschossen. Huch. Krass, das ist geil. Guck mal hier. Wie sich der alte Mann in den Berg spiegelt. Das ist alles einfach so, so gut gemacht. So gut gelöst. Vielleicht kriegen wir jetzt das letzte Puzzleteil auch irgendwo da. Wenn wir nochmal, wenn wir ihr den Kopf geben, äh, abholen. Und vielleicht... Hier nebelt sich jetzt wieder alles zu. Oh, der Teufel ist quasi wieder Nebel, ne? Warte mal, kommen wir denn von hier überhaupt? Zur Brücke. Huch. Die kommen irgendwie runter. Okay. Zum Wasserfall. Eine Höhle. Eine geheime Wasserfälle jagen. Schlittenfaden. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Was hat sie um ihren Hals? Florina sagt nichts. Rennen. Ein Rennen ins Tal machen. Florina nichts. Ich brauche den Schlitten. Es bremsen will beschleunigen. Nochmal. Nochmal. Ich habe das Tor verpasst. Ich bin noch durch das Tor gefahren oder nicht? Äh. Okay. Ach so. Ich muss immer hier durch das Tor. Verstehe. Ja. Jetzt habe ich's doof. Ist das das Ziel? Ich gewinne. Juhu. weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. grüß sie. Sie hat doch was um den Hals. Was kriege ich denn da? Ein gutes Rennen. Sie schmollt. Hm. Okay, dann lassen wir Florina jetzt mal gewinnen, ne? Und dann lassen wir das mal gewinnen, ne? Ich konnte hier nicht. Ich musste hier bremsen. Florina, das hast du sehr gut gemacht. Ich glaube, gleich kommen wir wieder zu dem... dieser komischen Hütte, wo ich mich gedreht habe. Aber sie hat irgendwas in dem Hals. Vielleicht brauchen wir das. Vielleicht schenkt sie mir das dann. Oh, oh, oh. Äh, hallo? Ja? Oh. Wo bin ich? Nochmal. Ach man. Wahrscheinlich muss ich da bremsen, damit ich da nicht wie bescheuert durchbreche. Eine schwierige Stelle. Nicht das Porter vermissen hier. Verpassen. Okay. Was ist denn, wenn ich nicht mehr Schlitten fahren will? Aber ich glaube, wir haben jetzt keine andere Chance. Hihihihihi. So, langsam, langsam. Oh. Hä? Ach, wir müssen da drüber springen. Hätten wir da drüber springen müssen? Okay. Okay. Schade. Oh, wir müssen was nochmal machen. Ich dachte, wir sind mal ein bisschen vorsichtiger. Margarina. Na los, Florina. Margarina. Margarina. Oh, zählt noch als Tor. Wo bist du denn? Hä? Ist die an uns vorbeigerauscht? Das Mädel. Da unten ist sie, ich sehe sie. Okay. Also gleich den ganzen Mut zusammen nehmen. Und schön gerade, dass wir den Sprung hinkriegen. Das hat ja super funktioniert. Aua. Das hat ja super funktioniert. Ach, Mann. Das ist fucklig. Nein, das gibt's doch nicht. Ich will das nicht nochmal machen. Können wir hier links noch rum? Warte mal. Wir können hier links noch rum. Hier vielleicht. Ja, komm schon. Komm schon. Aber wir driften immer wieder ab. Wir haben keine Chance und müssen es nochmal machen. Ja, das zieht sich jetzt gerade. Ich weiß. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Ich will es auch wissen. Aber ich schätze, wir müssen gegen Florina verlieren. Sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Und dazu brauchen wir Speed in dem richtigen Moment. Diesen scheiß Schlitten kannst du echt dämlich kontrollieren. Das heißt, du musst schon auf der richtigen Bahn sein. Ja, die war echt Lack, dass das beim ersten Mal geklappt hat hier. Erstmal zusammengestoßen. Los, überhol mal. Jawohl. Jetzt aber. Wir müssen einfach ganz gerade in die Hütte reinfahren. Das sollte funktionieren. Nur nicht als erstes. Okay. Ja. Okay, das hat geklappt. Okay. Ich habe das Rennen verloren. Du bist schnell. Nickt. Noch ein Rennen? Nein. Adea, Florina. Ah, okay. So kommen wir raus. Ach, toll. Alles umsonst. Hm. Ich dachte, wir kriegen dieses Glänzen um ihren Hals. Mal sehen. Vielleicht ja doch. Muss ja irgendeinen Grund haben, ne? Ne, sind nur die Berge. Huch. Okay. War nur ein kleines Bonuslevel anscheinend. Kommen wir hier rüber. Nö. Okay. Dann suchen wir jetzt die Florina. Fragen sie nach dem Ziegenkopf. Wir müssen ja eh nochmal durch das Haus des Malers zurück. Irgendwie. Oder gab es hier noch einen anderen Weg? Ich weiß ja nicht, wo sie weidet. Oh, das ist auch eine Hütte. Holz. Schneeschuhe. Sehr nützlich. Angezogen. Man bewegt sich schneller mit ihnen. Warum kann ich das? Achso. Kerze kann ich anzünden. Machen wir Kerze an. Das ist diese Heuhütte, oder? Und was haben wir hier noch? Ah, wir sind wieder besser im Schießen gewesen. Aber wir haben noch kein Gewehr hier. Jetzt brauche ich nur noch das Gewehr. Das war eine eingestürzte Hütte. Okay. Im Schnee kann man sich damit schneller bewegen. Ist natürlich super. Habe ich schon direkt an hier. Okay, dann mal zurück zur Brücke. Irgendwie. Weil da ging es ja sonst nicht mehr weiter. Oh. Florina finden. Habe ich schon Ziegen gehört? So, in der Hütte waren wir auch. Da war der Strick. Oh, klappt das jetzt wohl wieder? Nee. Oh, er ist wieder in der Nähe. Ich brauche mal eine Friedenszweifel. Ich muss da leider her. Ich muss da leider her. Okay, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber den letzten Stein habe ich jetzt immer noch nicht. Wo grasst denn Florina? Im Haus des Malers soll sie irgendwo grasen. Da war die verschneite Hütte. Da müssen wir hin. Mal sehen. Vielleicht können wir nochmal mit dem Maler reden. Ich würde ja echt gerne wissen, was der im Keller hat. Aber ich frage mich dann, wo das letzte Mosaikstein ist. Warte mal, da waren wir schon unten. Vielleicht können wir nochmal mit dem Maler reden. Wir haben leider keinen Kaffee mehr, ne? Oh, nochmal speichern hier. Wenn wir schon mal hier sind. Hier haben wir das Bett. Kaffee haben wir nicht mehr, ne? Patronen, Tabak, Feuerzeuge, das Buch. Können wir auch nichts mit anfangen. Holz. Und den Schlüssel für Opas Haus. Aber der Maler ist doch gar nicht mehr hier. Gucken wir mal, ob wir Florina finden. Aua. Einige Teile fehlen. Oh, das Bild ist weg. Oh, da ist die Ziege. Okay. Wo war das Tor? Hier. Hallo. Ach, da ist sie ja. Den Kopf hat sie auch. Hallo, Florina. Ja, Mann, Silpetz. Wie du esst, turnen auf den Bunker? Ich will sie, wo sie gehen. Ciao, Florina. Tja, dich nehmen wir wieder mit. Alegria zur Gipfelhöhe bringen. So, okay. Ich sollte nachsehen, warum es in meinem Rucksack mäht. Hallo, Alegria. Pact. Pact. Was geschah da noch? In seine Höhle. Okay, wir reden später weiter. So, ich nehme natürlich den Mowel, um da hoch zu gehen. Ich hoffe, er steht noch hier. Ansonsten rufen wir ihn. Wenn ich doch nur wüsste, wo das letzte Mosaikstein wäre. Ich habe ja immer noch einen Schlüssel, aber ich habe keine Hütte dafür gefunden. Ne, ich habe doch einen Schlüssel noch. Ich habe keine Hütte dafür gefunden. Bäm, da ist er. Vielleicht gibt es aber noch versteckte Hohlen, wo wir mit den Frequenzen irgendwie arbeiten können. Hallo. Guck mal, hier liegen noch Heuballen. Nehmen wir noch mit. Ich glaube, bei Florina waren auch noch welche. Wir mehren die Ziege weg. Bäm. Und die auch. Bäm. Okay, das geht nicht. Ziege ist stärker als Mowel. Wo waren denn hier die Heuballen? Hier lagen doch auch noch welche rum. Da bin ich blind. Ich meine, auf dem Weg zur Ziege lagen noch welche. Vielleicht von da oben? Vielleicht sollte ich zuerst zu groß war, das Haus fahren und zuerst herausfinden, was ein Schlüssel öffnet. Ja, das sollten wir tun. Dann machen wir das. Das ist eine gute Idee. Das wird sich schon fast wieder vergessen. Drücke den Lichtschalter im Mowel. Wo war der? So, jetzt haben wir auch Licht. Die Frage ist, ob wir jetzt so einfach wieder zurückkommen. Oh, vielleicht finden wir auch Mosaik, aber auch in dem... Haus vom Opa. Das kann natürlich auch sein. Wir lassen uns mal überraschen. Nochmal was trinken in der Zeit, ne? Da sind wir wieder. Das regnet. So, einen Schlüssel haben wir ja noch. Die Frage ist, gab es nicht hier noch irgendwo einen Keller oder sowas? Wo wir den Schlüssel für brauchten? Eine versteckte Tür. Ja, einen Keller gab es hier. Aber da haben wir alles. Okay, können wir mal speichern. Ich dachte, hier gab es noch... Hier gab es noch eine Tür. Aber gibt es nicht. Was ist da? Moon down. Und da oben? Warte mal, da kommen wir auch noch hoch. Da kommen wir doch auch noch hoch. Hier ist noch ein Weg. Den kenne ich noch nicht. Ah, wieder ein Ausblick. Ne, Munition. Ich dachte, der letzte... Und noch ein... Schlüssel. Ich dachte, der letzte... Der letzte Mosaikstein hier. Das hätte ja so schön sein können. Mal sehen, was es noch hier oben gibt. Oder kommen wir einfach nur zur Hütte? Ah, ist einfach nur eine kleine... Hui! Abkürzung. Oh oh, sie sind wieder hier. Da lag doch diese Maske drin. Die dürfen uns nicht entdecken. Aber ich glaube, im Haus sind wir sicher. Großvater, Großvater. Jetzt regnet es natürlich auch schlecht, ne? Dann können die nicht so gut brennen. Dann haben wir nur... Unsere Laterne zur Verteidigung. Dann wird es noch nicht mehr... Dann haben wir auch noch... und dann ist es noch... Und dann... Opa's alter Dachboden. Seine Uniform. Ein Babybettchen. Munition. Oh, Opa's Gewehr. Schwerer als ich dachte. Können wir damit diese Strohballen abschießen? Da ist wieder der Typ. Okay. Ein Versuch wäre es wert. Eine Kuhglocke. Aber sie sieht gruselig aus. Okay. Können wir vielleicht nochmal eine Runde schlafen oder so? Haben wir noch einen Kaffee? Die Tür ist einfach zu. Warum ist die Tür zu? Wie kommt der denn hier zur Tür rein? Gewehr ist nachladen. Wo ist mein Gewehr hin? Ach, auf eins. Okay. Das Gewehr kann bei der Packung Munition im Rucksack nachgeladen werden. Vielleicht ist das Heu nicht aufladen sollen. So. Aua. Licht noch Heu rum. Ich will das mitnehmen. Ist der Mowel jetzt voll? Uuuuuh. Uuuuuh. Ich glaube, er ist voll. So. Jetzt haben wir das Gewehr und können auf den Berg fahren. Jetzt vielleicht nochmal speichern sollen. Warte mal. Ich frage mich, ob wir diese Maske nicht mitnehmen können hier. Hier könnte man auch speichern, ne? Machen wir das nochmal. Und fahren auf den Berg. Wir fahren auf den Berg. Wir fahren auf den Berg. Und da oben. Au. Okay. Bin gespannt. Was uns dort auf dem Berg erwartet. Ich gucke gleich nochmal ins Journal rein. Was wir so... Was da jetzt genau stand. Zum Gipfel bringen. Zum Gipfelregion hochfahren. Okay. Ist wieder Nacht. Okay. Sieht nicht so aus. Ich habe immer noch zwei Schlüssel. Also ich denke mal, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Aber so spontan ist mir nichts ein- oder aufgefallen. Oh, wir können ja das Heu abladen. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt sind wir ja voll. Au. 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 Na, scheinbar nicht. Das war also nur für den Anfang interessant. So. Jetzt aber. Aber. Man muss schon fahren können hier. Das ist kein GTA. So. Ja, jetzt sieht es hier ziemlich frei aus. Jetzt ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir mit der Karre hier runterrutschen. Okay. Wir werden gucken. Ach ne, ist Schnee. Ich dachte, wir könnten da raus gucken. Gut. Dann gehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche versteckten... Na gut. Okay. Wiederladen. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auf eine neue Karte, wo wir uns wieder umsehen können. Schätze ich mal. Jetzt sind wir im eigentlichen Mund down, oder was? Zum Gipfel hochfahren. Okay, hier gibt es scheinbar einige Häuser und Hütten, die wir uns jetzt ganz genau angucken können. Hier auch wieder Seilbahn. Dann müssen wir damit zum Gipfel hochfahren. Wahrscheinlich schon, ne? Was gibt es denn hier drin? Die Brücke. Wie sie erbaut wurde. Und wieder dieses Heuboden-Ding. Haben wir noch unsere Schneeschuhe an? Ich glaube schon. Da ist wieder diese Kugel locker, die Gruseliger. Da ist das alles aktiviert, nur wenn man es anguckt. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht. Das habe ich schon, das brauche ich nicht. Ah, der gefangenen Berg. Ja, dann wissen wir, was das ist hier. Okay, scheinbar können wir damit wieder irgendwas herstellen. Den Strom oder so. Gut. Denn irgendwie müssen wir wahrscheinlich diesen Skilift hier in Gang bringen. Mal sehen. Au. Ein Klo. Das habe ich schon. Ja, Klopapier kann man doch immer gebrauchen. In Zeiten einer Pandemie. Ich meine. Ja, da sieht das Stromkabel sehr gebrochen aus, oder? Bist du dem vielleicht folgen? Es führt zu dieser Hütte. Das ist ein Klo. Toilettenpapier zum Klubsproblem. Haben wir doch. Wo haben wir es denn? Hier. Das dreierlagige hier. Okay. Den Sessellift zum Gipfel nehmen. Als ob ich jetzt hier einfach so aufhören würde. Mich hier umzugucken. Mich hier umzugucken. Aber allerdings nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Denn jetzt ist schon wieder. Boah, gerade zwei Stunden spiele ich hier. Das sind schon wieder zwei Parts. Ich mache die jetzt wieder ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder. Oh, ein Schlüssel. Okay. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich darf nicht vergessen, den Schlüssel zu nehmen, weil ich jetzt kein Savegame habe. Uns ist spät gerade. Deswegen muss ich jetzt aufhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück zu Mundown. Jetzt können wir endlich auf den Berg fahren. Denn wir haben den Strom angestellt. Weil wir dem Typen Klopapier gebracht haben in seinem kleinen Knatterhäuschen da. Und müssen aber diesen Bereich jetzt auch noch erkunden. Denn wir sind noch nicht so ganz durch hier. Irgendwie ist schon wieder Nebel aufgezogen, habe ich das Gefühl. Ich überlege gerade, ob wir da schon waren. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Da ist ein Tunnel. Wir sind von unten irgendwo gekommen. Ja, deswegen gucken wir uns jetzt hier so Stück für Stück um. Ich glaube, hier lag auch noch Klopapier. Ich frage, ob wir das jetzt nochmal wieder nehmen können. Wo lag es denn da hinten? Wir können es wieder nehmen. Ah, interessant. Wenn er sagt, das habe ich schon. Dann haben wir das schon. Können wir also nur eins tragen. Aber so geht es auf jeden Fall. Auch, dass wir das mitnehmen können. Dass wir es dann nochmal haben. Ob wir das dann nochmal gebrauchen können? Keine Ahnung. Oh, da steht ja mein Mowel noch. Der vollbeladene. So. Jetzt die Frage, gucken wir uns erstmal hier unten um oder fahren wir direkt auf den Berg? Ich würde sagen, auf jeden Fall unten rum gucken. Wir haben nämlich mittlerweile zwei Schlüssel. Ah. Liftwart. Vielleicht sollte ich mir fertig umschauen, bevor ich den Lift nehme. Das ist eine gute Idee. Es könnte eine Weile dauern, bis ich wieder vom Berg herunterkomme. Auf jeden Fall. Was ist das? Viel Betrieb auf dem Lift heute Nacht. Die dunkle Gondel. Ich frage mich echt, was wir mit diesen Radios machen können. Oh, hier können wir speichern. Sehr gut. Hier ist wir die Brücke. Buck. Grishun. Warum nicht dieser Kaffee Mut macht? Ja, das wissen wir ja schon. Vielleicht filmen wir ja noch mehr von diesem Kaffee. So. Ist hier noch irgendwas hinter dem Häuschen versteckt? Nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall können wir da oben noch hin. Ich nehme mal den Mowel dafür. Das ist aber vielleicht ein bisschen schneller. Okay, aber auf jeden Fall noch mal zu der Hütte hier. Hier ist ja auch eine Straße. Und da hinten war auch noch ein Haus. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Hm. Wo ist denn hier der Eingang? Auf der anderen Seite. Ach. Ach, hier sind wir in diesem Haus. Hier waren wir ja auch schon. Aber was können wir mit diesem Teil machen? Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Okay, hier waren wir dann doch schon. Weil sind wir von da gekommen? Nee, warte mal. Ich glaube, wir sind von da gekommen, ne? Ja, wir sind von da gekommen. Entschuldigung. Dann waren wir aber da schon drin, ne? Waren wir schon in dem Haus? Ja, da gab es das Klopapier. Da hinten war der Schacht. Hm. Er sagt, ich sollte mich noch ein bisschen hier umsehen, bevor wir hochfahren. Aber was gibt es denn hier noch umzusehen? Huch. Äh. Was ist das denn passiert? Gibt da hinten noch was zu sehen? Ah, da ist noch eine Hütte. Okay. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Brauchen wir hier wieder unser Gewehr? Ach so, das Gewehr kann nachgeladen werden. Okay. Jetzt ist es nachgeladen. Alles klar. Ich stecke es erstmal weg. Ich weiß ja nicht, ob hier ungefähr unbedingt Gefahr droht. Och, guck mal. Brauchen wir Wasser? Wir haben Wasser. Vielleicht gibt es hier Kaffee. Auf jeden Fall gibt es hier Holz. Radiofrequenz entdeckt. Ist so dunkel hier. Nochmal Schneeschuhe. Die habe ich schon. Mehr brauche ich nicht. Ja. Komisch. Es gibt so wenig Kaffee, aber so viel. Das wäre eine Uhr. So viel Holz und so, aber so wenig Kaffee. Aber Kaffee habe ich doch nicht mehr, ne? Feuerio. Vielleicht hier oben mal gucken. Wenn wir in den oberen Bereich kommen, irgendwie. Ah ja, hierher. Jetzt sag nicht, da ist zu. Von innen verriegelt. Vielleicht von der anderen Seite. Ah, okay. Okay. Kommen wir hier hoch. Gehen wir ja Schneeschuhe an. Ach, nö. Wir müssen den ganzen, ganzen Weg außenrum nehmen. Okay. Damit können wir da auf jeden Fall reinrutschen. Da muss es irgendwas Interessantes geben. Sonst würden die uns ja nicht hier reinschicken. Ah, okay. Ich gucke mir mal sicherheitshalber auch noch in der Ecke. Aber ich glaube, dass da nichts mehr... Ne, da ist nichts mehr. Ich glaube, es fängt an zu schneien. Kann das sein? Ach nee, das ist einfach der Schnee, der so glitzert. So, wo ist der Lift? Hier. Kommen wir denn auf diese zweite Ebene? Gibt es noch eine Möglichkeit, da auf diese zweite Ebene hochzukommen? Außer mit dem Lift? Ich glaube aber nicht. Ich gucke mal hier irgendwo. Hier sind ja auch ziemlich viele Hütten. Ansonsten weiß ich nicht, wie er das meint, dass ich mich erst mal umsehen soll. Oh. Ja, man kommt auch hier hin. Ach, guck mal. Okay, wir brauchen gar nicht den Lift. Äh, oder doch. Hm. Gibt es mal, kommt man da noch hoch? Aber das sieht mir auch zu steil aus. Nee. Nee. Au. Au. Autsch. Ja, ist gut. Hm. Da bleibt uns wohl nichts anderes über. Außer den Lift zu nehmen. Kuh verlassen. Jetzt zieht der Nebel wieder auf. Was ist das? Okay, ich will auf diese Ebene. Komm ich da vorne vielleicht? Deine Vorväter waren alles Lügner und Betröbel. Das ist der dunkle Aufzug, äh, Wagen. Da sitzt auch der Teufel drin. Oha. Ich will doch aussteigen. Wieso kann ich nicht aussteigen? Scheinbar gibt es keine andere Möglichkeit, als weiterzufahren. Okay. Oh, ein Schlitten. Hat der einen Schlitten? Wer ist das? Jetzt kann ich runter. E? Kann ich da rein? Die Scheine, in dem er damals den Pakt untersucht hat. Das werde ich mich zuerst hier umsehen. Radiofrequenz. Was ist das? Der Kristall für den Pakt. Oh, okay. Ja, damit hat er seine, ähm, Hand aufgeschlitzt, ne? Da ist tatsächlich noch hier der, der Lageplan. Okay. Hat mal ein Skigebiet rausgemacht. Ja, warum nicht, ne? Die Brücke zum Berg untersuchen. Da muss ich hin. In den Berg. Da ist ne Brücke. Okay. Komme ich denn wieder hier runter? Was ist das? Hier ist wieder so ein Symbol. Muss das vielleicht alles gleichgeschaltet sein? Jetzt wird der Nebel aber auch dicht hier. Der Nebel ist zu dicht, um den Weg zu finden. Okay. Gucken wir mal, ob wir die Brücke finden. Also zurück kommen wir nicht. Die Brücke müsste ja irgendwo hier sein. Da ist so ein Steinteil. Okay, runter kommen wir auf gar keinen Fall. Wir kommen nur hoch. Zu viel dicht daneben. Was ist das? Schlittenverleih. Hey! Jetzt schneit es. Jetzt schneit es. Da. Schlittenverleih, da hoch. Ah, guck mal hier. Da ist die gute Stube. Erstmal auf Abriss-Ski gehen hier, ne? So, von hier oben haben wir auch einen besseren Ausblick. Da können wir mal gucken, ob wir den Tunnel vielleicht besser sehen können. Oh. Keine Zeit zum Schlittenfahren. Ach, das ist der Schlittenverleih. Und gleichzeitig steht hier alles. Na mal sehen. Ein Schloss. Aber wir müssten noch genug Schlüssel haben hier. Wenn es denn die richtigen sind. Sieht so aus. Oh, eine Mahlzeit. Sehr gut. Und? ein weiteres Teil vom Bild. Schade. Hier kann man nicht den Strom anschalten oder sowas. Das war alles. Ach, da ist die Brücke. Hä? Soldaten. Sie sichern scheinbar die Brücke. Wo kommt der her? Rechts, links. Oh, oh. Ah. Okay. Oh, Olaf. Oh nein. Jetzt zu einem Schneemann bauen. Jo. Jo. Spaß auf der Piste, du. Okay. Da hinten ist eine Tür. Mal sehen, ob wir da reinkommen. Scheint eine verschüttete Hütte zu sein. Ich sollte vielleicht schon mal nachladen hier. Ich würde verlass hier noch mehr Feinde kommen. Oh, guck mal. Munition. Noch ein Schlüssel. Eigentlich heißt das dann ja immer... Okay, speichern. Da ist etwas in der Nähe. Wenn man so einen Schlüssel findet, muss ja eigentlich immer was in der Nähe sein. Der Berg ist gruselig. Da vorne ist auch noch... Was ist das? Der dampft es. Ist hier noch was? Guck mal mal da, wo es da raucht. Da ist wieder ein Soldat. Da müssen wir aufpassen. Und das ist die Brücke, die wir beschreiten müssen. Sieht ja aus wie die Brücke nach Hel. Okay. Lebt der Berg? Oder lebt in dem Berg etwas? Geh mal hier gucken. Kim und Korn, Kim und Korn. Na, das wird so nichts. Wir müssen näher ran. Was ist hier? Lawinengefahr. Okay. Erfolgreicher Schleichangriff mit zusätzlichem Schaden. Juhu. So geht das, Freunde. So geht das. Direkt wieder... Aufladen hier. Gische Boni. Der Nebel ist zu dicht, um seinen Weg zu finden. Ja, alles klar. Das heißt, wir können nur über die Brücke gehen. Ja. Da auch nicht. Da können wir nur runterfallen. Ja, bleibt ja nur die Brücke. Mal sehen. Ich denke, man kann noch so viel entdecken in dem Spiel. Wie gesagt, dieses Mosaik-Teil. Von dem Künstlerhaus zum Beispiel. Oder hier, die Schlüssel, die wir noch haben. Das muss ja alles irgendwo hin... Irgendwo hinführen. Aber ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, wie gut das dann alles versteckt sein soll. Auch das Schlittenfahrspiel war ja auch relativ gut versteckt. Und auch die Aussichtspunkte fehlen mir noch. Waren wir da schon drin? Ja, das ist die Hütte. Oh, guck mal. Da gibt es auch noch Wasser. Es bringt mir aber nichts, wenn ich keinen Kaffee habe. Da komme ich erst später wieder hin, scheinbar. Okay, wir müssen über die Brücke. Führt auch Strom rein. Strom. Oh! Die kopflose Ziege. Sie sagt nichts. Fragen wir sie hier mal. Hallo, Alegria. Was ist die Brücke? Du bist so. Was ist das? Sie ist ein Boot da. Walter. Ma kommt da la Porta. Kurz ja tu... Mh-mh-mh-mh-mh-mh. Manchmal nein, na vuhu pro El. El. Es ist eine Truppe. Die haben wir konstruiert, während der Krieg. Schauproduktion d'urgence. Mh-mh-mh-mh. Tos. Ah, El-er-quinta-Uko-kinzare-Vella? Ist das ein Boot da? Trae ist fuorm... Mh-mh-mh-mh-mh. Mit Soldat H.R. Serpentini verschwunden. Was tun? Was tun? Achso, nimm meine Glocke. Ja, okay. Okay. Oh. Meine Glocke wird dir den Weg weisen. Okay. Ja, dann wissen wir, wofür dieser Code nötig ist. An diesem Rad, wo wir drehen müssen. Schlittenverleih. Ja, dann. Weiß ich ja, wo der ist. Jetzt könnte ich den Movel gebrauchen hier oben. So, dann wollen wir mal gucken, wie das hier mit dem Schlitten funktioniert. Okay. Alegria. Meine Glocke weist zu dem Weg. Ja, dann gucken wir mal. Durch den Nebel. Rechts oder links? Rechts, okay. Aber hier sind ja auch noch Häuser. Und jetzt, wo der Nebelschein mal weg ist, können wir uns ja hier umsehen. Darf nur den Schlitten nicht verpassen. Da oben. Hier ist überall was. Das ist auch ein Tor. Scheinbar von der anderen Seite verschlossen. Ja, von innen verriegelt. Oh, noch ein Schneemann. Können wir alle Schneemänner finden und aufbauen? Hallo, Olafs. Okay. Nächste Hütte war... Huh! In Deckung. Wer schießt denn da wo? Wer hat von wo geschossen? Oh, was trinken? Und Aussicht. Sehr gut. Da gehe ich nachher hin. Na gut. Schade. Dann fahren wir erstmal Schlitten. Noch ein Schlitten. Oh, was ist da? Flaschen. Das ist noch so groß hier. Hier stehen überall Hütten. Das ist wahrscheinlich auch ein Schlittenverleih. Er schüttet Personen ausgraben. Ich muss ihr helfen. Wie kann ich graben? Ich habe keine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Ah, da hinten ist eine Schaufel. Okay. Oh, erst Schneemann aufbauen hier. Das ist wichtiger. Wollen wir mal kurz hier reingucken. Vielleicht können wir speichern hier. Radiofrequenz entdeckt. Eins. Okay. Da ist dieses Wesen. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist wie ein Yeti. Oh. Oh, da ist er. Guck mal hier. Sieh mal einer an. Mal sehen, ob wir dich nicht... Ha. So. Du schreckst hier keinen mehr auf. Oh, was ist ich denn da? Leere Honigtöpfe. Okay. Schnell nochmal nachladen. Und wegstecken das Ding. Okay. Okay. Da ist auch noch einer. Der wird aber zu weit weg sein, schätze ich. Ich baller hier alle weg. Ja. Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Ich werde jetzt auch die Munition nicht verschwenden. Das ist ja fast wie ein Survival Horror hier. So, wir graben den erstmal aus. Da steht er. Mit der Schoffel. Wie geht's? Okay. Verschüttete Person ausgegraben. Wie ist denn der Krieg? Wer bist du? Wer bist du? Du hast es ja auch. Ich bin Serpentini. Also, unser Korporer Walter. Ich bin auch ein zivilistischer Typ. Ich bin auch ein Zivilist. Ich bin ja auch ein Finde. Ich bin ja auch ein Zähnens. Ich bin ja auch ein Zähnens. Ich bin ja auch ein Zähnens. Das Konspirations-Dalini. Ich bin ja auch ein Zähnens. Wenn ich dem Flach weiß. Beeil dich, heißt Verbrecher. Okay. Dem HR seinen Schnaps bringen. Schnaps gibt es da oben. In der Schnapsscheune. Tja. Lass mal den Schlitten mal da. Wir wissen ja nicht. Ich glaube, wir müssen nicht irgendwo hin. So. Aber beim Schnaps ist auch dieses Yeti-ähnliche Viech, glaube ich. Oh, jetzt verzieht sich hier der Schnee wieder. Kommt der Schnee wieder, meine ich. Mal gucken. Der Soldat rannte doch irgendwo hier unten rum. Ah, der Nebel kommt. Okay. Den haben wir ja aufgebaut. Aussichtspunkt und Schnapsbar. Oh oh. Bringt das was? Okay. Wie können wir den besiegen? Vielleicht gibt es einen Hinweis auf dem Bild. Habe ich einen Savepoint? Wo ist mein letzter Savepoint hin? Ah, hier leider nur. Oh, hier ging es auch runter. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier nochmal gelandet sind. Ah. Was? Schlittenschuhe gibt es hier nochmal. Gut, dass wir hier nochmal gelandet sind, du. Ich habe ja noch einige Schlüssel davon. Oh. Wir werden besser am Schießen. Okay. Ah. Gibt es sonst noch was hier? Munition. Okay. Oh. Erfolgreicher Schleichangriff. So. Haben wir das auch erledigt. Ah, jetzt müssen wir nochmal mit der Glocke wieder runterfahren hier. Achso, wir müssen ausgraben nochmal. Alles klar. Alles klar. Oh, stopp. Aber wie kann ich das Vieh besiegen? So. Bla, 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 bla. Und nochmal. Du, 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 du. Jo. Verbrechen. Verbrechen. So. Okay. Nochmal gucken. Draußen. Müssen wir ihn rauslocken? Schnaps im Keller. Wie kommen wir an dem vorbei? Wie kommen wir an dem vorbei? Erschießen können wir ihn scheinbar nicht. Erschießen können wir ihn scheinbar nicht. Ich speichere nochmal, dass ich den ganzen Bums nicht machen muss. Also, falls wir es diesmal nicht direkt hinkriegen, müssen wir sich wenigstens nochmal mit dem Typen labern. Wo war die Uhr? Da. Klack, klack. Da führt aber auch ein Weg hoch, wie es scheint. Hm. Da geht's natürlich nur wieder hinten raus, ne? Ist von außen verschlossen, ne? Okay. Hm. Das heißt, wir müssen daher... Wir müssen uns irgendwie an ihm vorbeischleichen. Oh, hab ich da etwa einen Arm vergessen? Tatsächlich. Das muss ich erst richten. Jetzt bist du richtig. Ich hoffe, ich habe alle anderen auch richtig gemacht. Das muss ich alles nochmal wieder zurück und alles abgrasen hier. Aber vielleicht stehen ja auch noch mehr Schneemänner rum. So. Irgendwie müssen wir in den Keller gelangen. Aber wie? Leise vermutlich. Jetzt geht der raus. Was steht denn hier noch? Oh, die Kerze. Wir müssen scheinbar mit dem Schlitten abhauen, ha? Da oben ist die Bar. Ich will ja mit dem Schlitten schnell hinfahren. Ja, mit dem Schlitten bergauf funktioniert es immer gut. Vielleicht gibt es ja auch in den Teilen gang. Wir sind da oben. Aussichtspunkt und Schnapsbar. Machen wir erstmal den Aussichtspunkt. Was ist das hier? Da ist auch noch ein Schlitten. Ah, ein Tor. Okay. Hier stehen überall Schlitten rum. So. Das ist die eine Seite. Kartograf 4 von 6. Mal sehen. Ich mache mir erstmal hier das Tor auf. Kommen wir hier nämlich nochmal zurück. Okay. Das war wieder bei unserem Schneemann-Freund. Mal gucken, was man noch hier oben machen kann. Mit dem Schlitten runterfahren. Vielleicht kann er uns auf dem Schlitten nicht kriegen oder so. Hm. Vielleicht müssen wir mit dem Schlitten aber auch in die Hütte reinspringen. Ich weiß es nicht. 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 Was ist das hier? Oh, da hängt einer. Wer hängt denn da? Kann man den runterholen? Scheinbar nicht so einfach. Ich hole erstmal den Schnaps. So. Da liegt noch Brüß. Sieht gut aus hier. Toiletten und Schnaps. Okay. Oh, hier gibt es ja... Warte mal. Hier gibt es ja scheinbar so einiges. Ja, was zum Kochen hier. Aber kein Kaffee. Streichhäuser. Das Klo und der Schnaps. Okay. Dann, äh... Warum nicht, ne? Oben rein, unten raus. Ah. So. Leider keine Möglichkeit, die Hände zu waschen. Was ist das hier? Das Kreuz? Können wir nicht mitnehmen. Okay. Okay, dann jetzt nur noch irgendwie zurückkommen. Tja, wir haben keinen... Wir haben so wenig Kaffee gefunden. So wenig Kaffee. Ich hab'n Kram für Bein. Ich hab' mich so entschrocken, dass ich Kram für Bein gekriegt hab. Scheiße. Wiggle, 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 wiggle. Oh nein. Wo bringt der mich hin? Oh, das Spiel ist so gemein teilweise. Ich kann nichts tun. Oh, er will mich hier aufspießen. Ist der Typ jetzt runtergefallen? Scheiße. Das Spiel ist so fies teilweise. Oh nein. Muss ich mich jetzt verbinden? Da war ja noch der andere, ne? Den er da aufgespießt hat. Scheiße. Ich dachte, ich hätte den so runterholen können. Okay. Ich verpiss mich. Ich geh' einfach durchs Tor. Den Schnaps hab' ich ja. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Dieses Spiel. So, nachladen nicht vergessen. Ein guter Soldat. Immer woanders hier im Inventar. Ein guter Soldat ist immer für alles gerüstet. So. Ich dachte, jetzt nur einen Schlitten hätte. Da bin ich schon. Aber weißt du was? Ich speicher erstmal. Muss leider erstmal speichern. Ach guck mal. Die hab ich auch nicht richtig gemacht hier. Ich hab die alle nicht richtig aufgebaut. Wahrscheinlich gibt's ein Achievement nur, wenn man die richtig aufbaut. So. Eigentlich ist es ja irgendwie ein Survival-Horror-Game, ne? So, so ein bisschen. Du hast Rätsel. Du hast wenig Munition. Wo ist der Schnaps? Da. Und jetzt? Brücken-Code. Brücken-Code. Ok. Ja, ich hatte das Wort. Der Tod ist in meiner Familie. Vielleicht mein Freund, Giovanni. Aber seit dem Zeitpunkt war ich ein Feind. Ich habe das Roman geschrieben. Das ist nicht ein Roman. Du hast es richtig, Herr. Oh, Gott. Ich muss weg. Okay, das haben wir gekriegt. Eins, zwei, drei. Eins. Zwei, drei. Alles klar. Dann müssen wir jetzt wieder hoch zu eins, ne? Oder wir fangen unten an. Das ist noch besser. Wir fangen unten an. Äh. So viele kann ich nicht abknallen. Never ever. Never ever. Kann ich die Yeti auf sie loslassen. Scheiße. Hm. Oh. Nope. Nope. Glück gehabt. Okay, also. Hm. Kann ich hier nicht auch speichern? Können wir vielleicht nur mit dem Schlitten weiter runter, hm? Oh, so kommen wir wieder nach unten. Das geht auch. Hutsch. Oh. Ja, jetzt müssen wir wieder in der untersten. Ach, guck mal. Hier. Hier. Jetzt sind wir wieder auf der untersten Ebene. Können den Lift wieder anmachen. Sollten wir wieder hochkommen. mal speichern. So kommen wir nach oben. Dann müssen wir jetzt quasi von unten nach oben hocharbeiten. Aber ich weiß gar nicht, wo hier der zweite war. Äh. Hm. Wo war nochmal das erste Teil? Was hier der? Oh! 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 Ah, scheiße. Na. Warum haut der denn ab hier? So. Die flüchten scheinbar auch. Okay, wir müssen auf die aufpassen. Wir müssen auf die aufpassen. Auf der mittleren Ebene waren immer noch am meisten. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Wir müssen hier hoch. So. So. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal ins Journal gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir brauchen also 3. Äh. Wieso? Ja. Was ist das für ein Symbol? Müssen wir mal gucken. Das da. Das da. Das da. Ich glaube, das ist es. Ich gucke nochmal drauf. Ja, das ist es. Das ist es definitiv. Das ist es definitiv. Okay. Haben wir hier ein Safe? Hier haben wir keine Uhr. Okay, jetzt. Oh, oh. Toll. Er zittert immer so, wenn er zu nah ist. Das ist doch scheiße. Okay. Mann, 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 Mann. Äh, hier. Auf Dauer kommen wir so natürlich nicht großartig weiter. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die zweite Ebene. Ohne davon vom Soldaten entdeckt werden zu werden. Hm. Ja, wie, da rennt keiner mehr rum. Okay. So, ich speichere nochmal. Und dann würde ich sagen, fahren wir im nächsten Part mit der Gondel nochmal hoch und versuchen, die anderen zwei, ähm, Uhren zu aktivieren, damit wir wissen, wie es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, ich bin Choui. Willkommen zurück zu Munddown. In der letzten Folge haben wir so den Yeti kennengelernt, genau. Äh, die war leider ein bisschen kürzer, die letzte Folge. Weil ich da ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Ich hatte nämlich wieder mit Sport angefangen. Und da ging es mir dann gestern Abend nicht so gut. Weil, äh, nach dem, ähm, Lockdown-Speck, den ich mir angefressen habe, äh, ja, musste jetzt wieder was runter. Und, äh, wir gehen da hingegen hoch. Wir sollten dieses Ding vielleicht mal runter machen. Wir gehen jetzt wieder hoch auf den Berg, weil wir die nächste... Ach, das ruddelt immer, wenn wir über die Dinger fahren. Weil wir die nächste, ähm, äh, ja, wie heißt denn das? Dieses Rattirettchen. Wir müssen am Rättchen drehen, ne? Und das Problem ist, auf dieser zweiten Ebene muss auch noch irgendwo was sein. Aber hier ist alles voll mit Soldaten. Die können wir natürlich nicht alle wegballern. So viel Munition habe ich nicht. Ich hoffe mal, dass sie uns nicht sehen. Eigentlich müsste es irgendwo da in der Ecke sein. Da auf der Ebene. Ist natürlich fies, weil wir es nicht... Weil wir uns nicht da durchschleichen können. Aber wir machen erstmal die oben. Und dann die mittlere. Und dann hoffe ich, funktioniert das alles. Und dann müssten wir eigentlich das Tor öffnen. Können. Und können der Ziege ihren Kopf wiedergeben. Soweit die Theorie. Okay. Ach, wir fahren jetzt aber noch weiter, ne? Da war doch dieses Rädchen, oder? Das wir drehen mussten. Ich glaube schon. Kann ich nicht aussteigen hier? Kann ich nicht. Wir müssen ganz hoch. Ich höre den Yeti wieder. Wo ist der Yeti? Ich höre ihn stampfen. Da ist er. Da unten. Am Bilderrand. Könnt ihr ihn sehen? Oh Gott. Wer ist ja in seinem Saufhaus geblieben, du? Ach ja. Ach ja. Ach so. Dann lassen wir das besser nach oben. Safety first, ne? Ist auch gut so eine Folge mit so einem... Oh, ich dachte da hinten steht noch einer. Ist auch gut so eine Folge mit so einer Gondelfahrt anzufangen. Ähm, dafür, dass die Folge gestern ein bisschen kürzer war, machen wir, glaube ich, diesmal ein bisschen länger. Ich überlege sogar, die, äh, komplett, jetzt komplett zu Ende zu spielen, weil ich glaube, allzu lange geht's nicht mehr. Zack. So, hier ist sogar noch ein Schlitten wieder. Vielleicht können wir ja irgendwie mit dem Schlitten, können wir den benutzen? Können wir. Uh, vielleicht können wir damit ziemlich schnell zu unserem... Warte mal, hier ist das... Ne, warte mal, da ist das Glöckchen. Hier unten war das Glöckchen. Der Yeti scheint noch irgendwo hier rumzurennen. Ich sag immer Glöckchen. Das sieht aus wie eine Glocke. Warte mal. Hier. Ist da doch eine Uhr. Toll, rückwärts fahren können wir nicht. Können wir den schieben? Wo? Ach, da hat die Tanne den irgendwie umgeworfen hier, ne? Da ist das, genau. Hier war das Teil. So, wir sind jetzt auf der dritten Ebene. Ach, da kommen wir auch runter. Guck mal. Das müsste ja eigentlich passen. Warte mal, kann ich... Da geht's her und... Da irgendwie runter. Da. Und dann ganz runter. Die unterste Hütte hat man... Ja, gehen wir mal da rechts runter. Müssen wir mal gucken. So, wir müssen... Ich hol mir mal erstmal die Tastatur ein bisschen näher. Dann sind doch meine Arme nicht immer so weit vorne hier auf der Fressen-Camp. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt einstellen. Zwei, drei. Wir sind ganz... Oben. Wir sind auf eins. Wir brauchen jetzt eins. Okay. Okay. Das sieht aus wie so Gesichter. Frauengesichter hier oder so. Versuchen wir es mal. Ja, so. So ist richtig. So sieht's gut aus. Wo ist der Yeti? Wir gehen mal direkt hier runter. Da ist auch ein Schlitten nochmal. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Gibt's hier noch einen Aussichtspunkt? Aussichtspunkt? Aber da stehen auch die Soldaten. Das führt da rein. Da steht doch einer drin. Okay. Okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aussichtspunkt. Jawoll. Den machen wir doch. Ich hoffe, kein... Es ist kein Soldat hier. Keine Gefahr oder so. Da könnten wir sogar fast alle Aussichtspunkte haben. Wenn ich, äh... mich richtig erinnere. Mundown. Nice. Der Berg ist echt, äh... ein bisschen gruselig. Ich frage mich, ob es diesen Mundown-Berg wirklich gibt. Also ich weiß, dass Mundown irgendwie ein Bergtal ist. Und den hoch. Aussichtspunkt. Ach, die sind... Hätten wir den Seitenweg nehmen müssen? Die sind hier. Sieht so aus, ne? Ah... Sagt das doch einer, dass hier ein Weg ist? Ich latsch hier und latsch hier. Ah, beautiful Mundown. So, gibt's ja auch was Schönes. Da. Munition. Sonst noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Da haben wir das zweite. Kartograf 5 von 6. Das heißt, eins fehlt uns noch. Vielleicht können wir ganz auf dem Berg noch was machen. Okay, jetzt sehen wir auch, wie das Ganze verbunden ist. Das erste Ding war irgendwie hier, glaube ich. Dann hier. Und hier, glaube ich. Oder da. Da. Und das ist für die Brücke. Okay. So. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir mal... ...und versuchen das letzte Rädchen zu drehen. Und hoffen, dass dann oben die Brücke auf ist. Das heißt aber, wir müssen dann noch ein weiteres Mal... ...mit der Bahn fahren und wieder da hoch. Oh Gott. Oh mein Gott. Es sei denn... Warte mal, hier kommt man ja auch hoch. Oh, hier der Schlitten. Wo standet der Schlitten? Sturzgefahr. Und da? Sturzgefahr. Sturzgefahr. Sturz, 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 Sturz. Oh. Was? Warte mal. Da liegt doch was. Kommen wir da anders irgendwie runter? Hier. Ah, dieses trickige Spiel. Will uns hier davon abhalten... ...was zu entdecken, du. Der Maler war hier. Hier gibt's noch Munition. Der Maler hat das hier gemalt. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hier runter? Ich hoffe, wir sind nicht ganz unten. Aber das müsste der Part... Ne, da steht er noch. Alles gut. Aua. Alles gut. Ah, hier ist der Schlitten. Guck mal. Wir schleichen uns jetzt hier an. Ich hoffe, das bringt was. Nein, in diese Hütte werden wir dann wohl nicht mehr kommen, ne? Aber das war ja auch die Hütte... Genau, das war diese Station. Sonst dürfte hier eigentlich nichts rumstehen. Ach, wir sind da gerade hochgegangen. Alles klar. Da stand doch einer drin, wenn ich mich richtig erinnere. Wir schleichen uns mal ran. Ah, guck mal. Da steht auch noch Aussichtspunkt. Ah, mein kleiner Freund. Erfolgreicher Schleicher. Wir haben ihn weggeballert. Wir haben ihn einfach weggeballert. Ist komplett weg. Ne, da liegt er noch. Da liegt er noch. So, direkt wieder nachladen. Man weiß ja nie, was kommt. Was haben wir hier? Militärgewehr. Oh, wir sind auch fast... Ja, wir haben es auf 100%. Ja, nice. Aber wir haben nicht so viel Kaffee gefunden und nicht so viel Essen. Na, immerhin. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wo ist eine Schietze? Eine Schietze? Okay, wo kommen wir hier hin? Wahrscheinlich wieder runter, ne? Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht runter. Doch, wir müssen runter. So, wir müssen jetzt zwei. Genau, hier ist... Stopp. Wir müssen erst gucken, was zwei ist. Zwei ist... Ach du Scheiße. Das sind hier so außen, wie so Fische außen. Ah. Wenigstens sagt uns das Spiel. Fahrt in den Berg nehmen, dass wir so weit sind. Jetzt gucke ich mal eben, ob wir hier noch... Ne, erstmal ist hier ein Keller noch. Hä? Was hast du jetzt davon, du Arsch? Okay. Mehr gibt es hier dann, glaube ich, nicht. Ich möchte jetzt auch wirklich nicht da unten noch gucken, weil ich glaube, durch die Soldaten kommst du nicht durch. Durch die Soldaten kommst du nicht durch. Und da ist ja eigentlich auch nichts. In der Hütte waren wir schon. Ich wüsste nicht, was hier noch ist. Okay. Dann nehmen wir mal diese Mini-Gondel hier. Mal gucken, was das ist. Hui! Vielleicht entdecken wir ja noch was von hier. Das ist die Straße. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Ja, da ist der Tunnel. Ah, jetzt kommen wir in das Haus, was wir nicht reingekommen sind, glaube ich. Da steht ja, oh, da Mowel. I got the Mowel, Mowel. I got the Mowel, Mowel. Bombs. Dann kommen wir hier raus. Gibt es sonst noch was hier? Da blänzt noch was. Ein Radio. Ich frage mich echt, wofür diese Radiofrequenzen sind. Das habe ich nicht... Was ist das? Hatten wir nicht schon viel mehr davon? Oh! Oh, es ist komplett. Ach, können wir diesen Teufel auch mit dem Licht besiegen hier? Mit der heiligen Handgranate? Nein, mit der heiligen Laterne. Ja, nice. Oh, ein Kaffee! Noch nicer. Die arbeiten an den Masken. Oha. Okay. Okay. Diese creepy Masken. Kommt man hier noch irgendwie in den Keller oder so? Nö. Aber hier ist ja jetzt eh auf. Doch, ich glaube, da war ein Keller. Ach, hier ist auch Wasser. Aber wir haben noch Wasser. Hier könnte man Kaffee machen. Hier kann man Kaffee machen. Zack. 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 Achso. Erstmal das alte raus. Was? Achso, erstmal Kaffee reintun, ne? Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee. Und Feuer. Mal speichern hier. Aber ich glaube, den Kaffee kriegen wir da nicht voll. Unsere Kaffeeleiste. Da haben wir echt viele Kaffees nicht gefunden. Also zwei, drei wären es sicherlich noch gewesen. So, Tesschen. Und konsumieren. Ich habe auch noch drei Schlüssel. Das heißt, eigentlich müsste es noch drei geheime Dinger geben. Delirium vier von sechs. Okay, zwei Kaffee hätten wir noch finden müssen. Ein Brot, zwei Kaffee. Vielleicht gibt es ja auch weiter oben auf dem Berg noch was. So, aber ich denke, wir müssen... Komm, wir nehmen nochmal den Mowel. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange wir noch damit fahren können. Aber ich denke mal, allzu lange sollte das Spiel nicht mehr gehen. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Mowel nochmal zum Lift. Und dann wieder hoch. Nochmal speichern, falls irgendwas schief geht. Ich bin ja einer von den vorsichtigen Personen. Und dann die nächsten. Jetzt die Fahrt. Mal sehen, ob irgendwas Gruseliges noch passiert. Und wir jetzt... Tschüss, Mowel. Oh, da war noch der Schneemann. Er winkt auch. Ich glaube, das war der, wo ich auch den Arm vergessen hatte. Ja, gut. Aber für solche Details könnt ihr natürlich auch das Spiel kaufen und selber spielen. Falls euch das gefällt. Normalerweise bin ich immer so hinterher. Aber ich will jetzt einfach wissen, was im Berg ist. Ich will es einfach wissen. Kann ich eigentlich mein Gewehr nehmen? Kann ich nicht im Sitz. Ich kann ihn nicht von hier oben abballern. Das sind wirklich viele. War da noch ein Aussichtspunkt? Ach ne, das war dieses Stativ, glaube ich, ne? Wunderschön. Gleich haben wir es geschafft. Gab es hier noch irgendwas? Nö. Das war die Teehütte, ne? Also wo es den Schnaps gab. Sehr spannend. Da ist die Brücke. Der Schlittenverleih. Dieses, äh, noch ein Minigame haben wir ja nicht gefunden. Nur dieses Hinter-dem-Wasser-Fall. Hm. Da waren wir auch drin. Da war soweit nichts. Keine Ahnung, ob es hier noch irgendwie was gibt. Okay. Verlassen. Steigen wir direkt mal hier aus. Jetzt zieht schon wieder ein Sturm auf, ey. Hauptsache der Jäger. Was? Oh nein. Steinregen schon wieder. Das ist ja kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Wo ist die Ziege? Ich muss jetzt scheinbar hier von Unterschlupf zu Unterschlupf rein. Aua. Oh Gott. Ich dachte, es steht auf einmal was hinter mir. Oh Scheiße. Dieser, dieser, äh, oh guck mal, da raucht es auch am Berg hier. Nicht wegstecken. Warum raucht der Berg? Oh, es ist wie ein Schlund. Es ist wie ein Schlund. Habt ihr das gesehen? Es ist wie ein Schlund. Es hatte Augen. Es hat Augen. Es hat selbst im Schlund Augen. Was zum Teufel ist das für ein Berg? Und wo ist die Ziege? Was zum Teufel ist das für ein Berg? Wir wieder draußen. Da stehen Figuren. Uh, ich hänge fest. Ich gebe der Ziege ihren Kopf zurück. Oh. Oh. Hurra. Wie hieß die nochmal? Alle Greta oder so? Ist ja tief in meine Augen. Haben sie die Ziege geopfert? Die haben alle Greta geopfert. Dem Teufel. So haben sie ihn ausgetrickst. Deswegen hat er sich beschwert. Oh. Na, da wäre ich auch sauer, wenn ich der Teufel gewesen wäre, ne? Das kann ich voll und ganz verstehen. Warum hatten die eigentlich so eckige Tornister auf? Kein Bock mehr? Da ist er. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Guck mal, die Hände um ihn rum. Das ist verdammt cool gemacht. Ich liebe einfach den Arztteil. So. Licht an. Das ist wirklich ein guter Trick. Ich liebe einfach den Arme der Besten. Du bist nass. Das ist... Normalerweise ist es ja immer der Teufel, der solche Tricks anwendet. Ja, so trickst man also den Teufel aus. Ich sehe gerade, ich habe nur noch einen kalten Schluck Tee hier. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel reden. Na, mal sehen. So ist es also mit dir geschehen. Es tut mir leid. Oh, wir können sogar das Gesprächsthema wählen hier. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Du hast mich wieder ganz gemacht. Das ist ja witzig. Vertrag heißt auch Kontrakt. Tiefer in die Höhle vordringen. Warum denn nicht? Liebend gern. Contract. So wie im Englischen. Dann gucken wir mal. Standen hier nicht noch Figuren vor? Diese Hände, ey. Creepy. Wieder die Augen. Was steht da oder wer? Soldaten. Sieht ja aus wie Steinfiguren. Ich weiß nicht, ob die böse sind. Vielleicht gefangene Seelen. Hier unten werde ich wahrscheinlich keinen Kaffee mehr finden. Ich dachte, der Maler ist da. Platziere ein Gegenstand von dem Inventar vielleicht die Lampe. Ich gucke mich erst mal hier um. Ich gucke mich erst mal noch ein wenig hier oben sehen. Da geht es nicht weiter. Das ist aber eine irre beeindruckende Höhle. Okay. Sieht nicht danach aus, dass es hier noch was gibt. So auf den ersten Blick. Platziere wir mal die Lampe und gucken, was passiert. Ich muss sie wahrscheinlich erst wegstecken, hä? Dann stecken wir sie erst weg. Da. Oh. Okay. Wir sehen jetzt das Haus. Aber wie können wir die Tür betreten? Das ist in der Tat recht creepy. Das sind wir. Und der Teufel hat die. Und wir haben kein Licht mehr. Er hat die Hände um unsere Schultern geschlungen. Er will uns. Gibt es hier wenigstens Kaffee? Lager. Hier ist alles upside down. Muss ich mich auf den Stuhl setzen? Was kann ich ihm geben? Wer ist das? Was möchte er? Was möchte er? Klopapier. Oh, vielleicht dieses Ding hier. Taschentuch. Was haben wir noch? Die Pfeife. Großpapa geht es schlechter. Ach, das ist der Großpapa. Ich muss mich beeilen, die von diesem Fluch erlösen. Heizung. Das ist ja mal creepy. Das ist ja mal creepy. Heizung. Oh. War das richtig? Okay, war rechtlich. Empfang. Oh nein. Oh nein. Oh, hi. Ich sehe gut aus. Verwandlung. Oh, ich wusste, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Hat er mich vielleicht die ganze Zeit in Form des Mädchens beobachtet? Das Haus ist aber echt nice. Da steht noch alles. Weiter in die Höhle vordringen, haben wir erledigt. Okay. Oh, vielleicht ist hier der Vertrag. Oh, er hat auch die Finger um sie hier. Da sind auch die Hände. Seht ihr das? Der Maler war nützlich, als ich noch in dieser Höhle fest saß. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das sind Texturen, quasi. Wahrscheinlich müssen wir hier den Vertrag finden, ne? Okay. Mal sehen. Okay. Mal sehen. K. Ich hab's hier nicht. Okay. Auch nicht. durch. MZ, Caminada mit F. Hier vielleicht. Die richtige Schublade. Weil der Vertrag fehlt. Das ist ja nicht so gut. Oh, er malt uns. Der Maler oder der... Oh. Beweg dich nicht. Großvater getötet gehen. Da hast du hast ... hast du geschehen. Du musst ... Du musst ... den Porträt oder den Porträt nicht menehlen? Ist das ... Das ist Ninig. Ist das all die Schublade uman gerçekte aus Schublade? In Flombe? Dann kam es zuce. Die Kolleckchen haben große Interesse. Nicht bis in die Plakate wie in meiner Galerie, die ich lade. Serpentini ... mit einem großen Stab, wo du dich verließ kannst du für einen Kanal? Maestro. Die Stabilität und die Inspiration in ihren Sanctuari, die mehr internen sind. Aber wir sind nicht das, was ihr zu kritizieren. Vielleicht ist es auch die Providenz, die wir in diesem Leben haben. Eile Ziele. Der Vertrag. Und er hat sich in der Bunker geschlossen. Alle zwei Parteien haben uns geholfen. Unsere Antenate und Magie sind nur unter ihm. Wir begrüßen unsere Vitae an meinem Maestro. Und er hat sich keine Recompensung mehr. Und von diesem Motiv, dass du weinst, dass wir das Filz und Abiedes reparieren. Wo ist er? Nur Eisen. Nur Eisen. Nur Eisen. Wir sind hier, um zu recherchieren. Hm. Oh, eine Vergonne. Das wird ein Abwilder-Ferr-Untel-Viede-Status. Aber dann, sagst du, was sie wollen. Aber es ist einfach. Es ist einfach. Ich bin... Weil sie einfach hier rauskommen. Also der Maler steckt die ganze Zeit mit drin. Aber wieso... Was hat das kleine Mädchen damit zu tun? Verwaltungsbüro durchsuchen. Oh. Ja, das kennen wir doch. Was? Gemälde zerstören? Oh. Das da vielleicht. Welches Gemälde soll ich zerstören? Steilbrandgemälde zerstören. Giovannis Haus. Okay, aber wie? Da muss ich ja erstmal hier raus. Was ist denn das für ein Gemälde? Bin ich das? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, ich muss das mit diesem Ding unter... Ah, verstehe. Kann ich das hier auch machen? Können wir nicht. Jetzt komme ich wahrscheinlich hier raus, ne? Das ist so cool. Oh, er steht im Hintergrund. Ist das Stahlbrauch? Ne, das ist unser Rucksack. Florina, neue Augen. Florina. Schweig. Oh. Ich bin er. Yourself. Das muss man erkennen. Ich bin der Kritik, das wird eigentlich đi Ruhig. Ich bin der Kritik. Ich bin der público. Das war damit 미만er. Ich bin dein Josef. Na ja. Gib leafler. Das war jetzt alimentować. Von dem Kommandanten. Der hat ja auch eine Schuld, ne? Deswegen. Deswegen treibt er rein. Können wir das jetzt auch zerstören hier? Kriege ich meine Lampe wieder? Was muss ich jetzt tun? Das Gemälde zerstören. Okay. Wo ist der Ausgang? Da oben irgendwo. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt in das Haus des Malers und müssen unten in den Keller. Es war die ganze Zeit im Keller, oder was? Das Bild. Das würde natürlich Sinn ergeben. Wo ist denn meine Ziege? Die Frage ist, ob die Soldaten jetzt noch am Berg stehen. Ob wir da ohne Probleme rauskommen. Oh Gott, der Herr. Oder ob wir ohne Probleme hier rauskommen. Speichern. So, jetzt könnt ihr nochmal sehen, dass das hier ein Maul ist. Das wird geschossen, oder? Schnell zum Movel runter. Okay. Am besten mit dem Schlitten, ne? Kommen wir zum Schlittenverleih, oder werden wir abgeknallt? Okay, da steht keiner. Okay, doch. Die rennen hier rum. Aber wir dürfen nicht da rein. Ich fahre jetzt mit dem Schlitten hier runter. Wow. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Uh. Oh nein. Hier sind Zäune. Warum nützt hier Zäune? Hier ist alles eingezäunt. Hier kommen wir nirgends wo mehr runter. Huh. Gibt's hier noch einen Schlitten? Beim Yeti war da noch einer. Vielleicht steht er wieder hier. Oder da oben. Oh, der Yeti soll hoffentlich nicht noch hier rumstehen. Ich guck mal eben, ob der noch hier irgendwo ist, der Schlitten. So. Der ist jetzt auch richtig. Das ist der Aussichtspunkt. Okay, da unten rennen auf jeden Fall noch welche rum. Okay. Okay. Ich guck mich. Okay. Das war's für heute. Okay. War wohl doch kein Schlitten hier. Ist aber, glaube ich, ein sicherer Weg. Einigermaßen. Die dürfen scheinbar nicht durch diese Lichter hier. Ist ja eigentlich nicht das Problem. Oh, hier ist der Schlitten. Hier ist noch ein Schlitten. Hier war ein Safepoint. Da ist die Straße. Aber wo ist der Movel? Ich glaube, wir können hier einfach... Hier an der Seite einfach runter. Oder war es zu steil? Vielleicht mit dem Schlitten. Das wäre auf jeden Fall die sicherste. Warum stirbt er denn nicht? Das war's für heute. Das war's für heute. Da müssten wir eigentlich runterkommen. Todesmutig, wie ich bin. Oh, da ist der Mugel. Und den kann ich auch noch reparieren. Bitte gib ein Achievement dafür. Schade. Nichts wie in den Mugel. Los, fahr weiter. Wuh. Wir fliegen. Ups. Das war so nicht geplant. Können wir ihn anstupsen? Oh nein. Wo kann ich denn jetzt den Mugel rufen? Ich brauche eine Mugel-Ruf-Station. Wo konnte ich denn den Mugel rufen? Ach, ich laufe einfach zu Fuß. Scheiß drauf. Vielleicht haben wir ja... Da hinten ist noch ein Mugel-Rufer. Okay, okay. Soweit, so gut. Muss ich hier noch nachladen? Ja, guck mal. Nur noch... Zehn Schuss oder so. Sechs im Gewehr. Glaube ich zumindest. Da ist er! Alles klar. Dann nichts wie zurück. Den Opi retten. Ach, mich juckt's am Bein. So tief unten. Sehr tief. Tee ist immer noch alle. Okay. Ach, wir sind auf dem... Auf dem Berg. Ja, stimmt. Wir müssen ja in den... Zum Künstler. Äh. Hier war falsch. Egal. Die Strohwesen rennen jetzt wahrscheinlich wieder hier rum. Ich wusste es. Die können wir auch erschießen, oder? Ich glaube, die konnten wir auch erschießen. Ach. Kritt mich mal Scheiß Strohwesen So machen Habe ich meine Kanne wieder mitgenommen? Ich habe vorhin meine Scheißkanne nicht mitgenommen Oh, Ziege Könnte ich dich auch erschießen? Ich möchte es gar nicht So Wir brauchen das letzte Mosaikteil Um in den Keller zu kommen Die Frage wo Oh Im Keller Schnaps gibt Korporal Walter Okay Es gibt eine Pfanne Es gibt eine Pfanne Aber wir haben leider Kein Kaffee mehr hier Alles weg Kein Essen Kein Kaffee Oh Da ist die Ja ist die Agria Oh Oh Der hängt da jetzt Hat er vielleicht das letzte Da ist der Künstler Hat er vielleicht das letzte Mosaikteil bei sich Oh Gott Wie ruckelt das hier mit Licht so sehr? Ich muss mal gucken Da ist er auf jeden Fall Ich denke wir müssen den hochziehen So geil mit dem Sound Ey Okay Uh Ich weiß nicht warum das jetzt ruckelt Ich habe da immer wieder Angst Dass gleich die Aufnahme im Arsch ist Hatten wir nicht eine Uhr hier? Da Dann speichere ich nämlich mal eben und äh Starte mal eben die Aufnahme neu Bis gleich So Ob was hat geklappt und es ruckelt jetzt nicht mehr Und wir gehen jetzt Zur Brücke Vielleicht ist es aber auch Bisschen buggy wegen dem Wegen dem Typen Also es Es tut mir leid Ich kann es nicht ändern Ich weiß nicht warum das Licht Licht vielleicht einfach am Spiel Hier geht es ja wieder Ich höre was grunzen Ich bin Maestro mein Segn castige Die Shorten Ich bin Und Ich bin Ich Ich bin Ich bin нар tyre Ich bin Wie Aufましょう kung De Was es Entschuldigung, Seil durchschneiden oder ihn heraufziehen. Ich bin ja eher ein guter Junge, ne? Die lieber die Seelen retten als verdammen. Hm. War es doch nur ein Test? Du hast deinen Gegenstand erhalten. Okay. Alles klar. Das letzte fehlende Teil. Ich hoffe, es klappt damit. Ja, wahrscheinlich hätten wir ihn abschneiden können und hätten dann einmal runtergemusst. Hä? Oh, falsche Seite. Hätten dann runtergemusst und hätten es dann von ihm gekriegt. Aber mal gucken. Vielleicht hat jetzt diese gute Tat dafür gesorgt, dass wir den Teufel aus uns selber rausgetrieben haben. Jetzt ruckelt es auch nicht mehr. Es muss an dieser Zoom-Szene gelegen haben. Einige Teile fehlen. Komm mal rein in den Keller. Wie ist das schon knatscht, ey. Äh. Okay. Da ist das Feuergemälde. Das ist ein sehr großer Keller. Giussani Seventeen. Deceiver burning to death. Oil on canvas. Okay, zerstören wir es. Ich hoffe, damit ist der Fluch jetzt gebannt. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zurück zum Großpapa und gucken, ob wir ihn da rauskriegen. Ich muss zu Florina in der dunklen Kapelle. Florina retten. Dunkle Kapelle. Okay. Okay. Dann müssen wir wieder mit dem Mowel fahren, ne? Da steht er ja. Also, halbwegs. Auf jeden Fall haben wir noch Sprit. Oh. Entschuldigung. Oh. Oh. Okay. 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 Wie man auch einfach nichts sagen kann, wenn man so fährt. Ziemlich nichts außerhalb. So, jetzt müssen wir eigentlich das nächste Level gehen. Ich hoffe, das ist nicht immer noch Nacht. Da rennen wieder diese Viecher rum. Da, 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 da. Okay. Immer wieder der Hinweis, wie man die Karre bedient hier. Oh. Hey, Priester. Da ist die Rutsche wieder aktiv. Da stehen sie alle. Am Haus vom Großpapa rennen die Strohmänner wieder rum. Aber wir müssen ja eigentlich nur da hin. Oh. Der Tunnel ist eingestürzt. Ja, dann können wir ja nur den... Ich sollte mich zuerst hier oben sehen. Ja, okay. Dann sehen wir uns hier oben. Muss ich jetzt was mit dieser Maske machen? Vielleicht speichern. Speichern ist auf jeden Fall eine gute Idee. Huch. Ich sollte mich erst hier oben sehen. Was gibt's denn noch hier? Da muss ich mit dem... Oh. Aua, aua. Da muss ich doch mit dem Pastor reden. Boah, da stehen alle in einer Schlange. Okay, was soll ich denn hier machen? Ich sollte mich erst hier oben sehen. Warum sollte ich mich hier oben sehen? Warum muss ich mich hier oben sehen? Muss ich nochmal hoch auf den Berg? Oh, vielleicht in meine Höhle. In meine Höhle. In meine Geheime. Da kamen wir doch hierher, ne? Wo kamen wir denn nochmal da her? Hier? Hier glaube ich. Hier ist wieder das Bild des Malers. Boah, ich meine, hier geht's auch zur Höhle. Hier steht auf jeden Fall Kerzen. Ah, hier kommen wir auch her, ne? So, dann kommen wir auch zurück. Hier geht's zur Höhle. Aber ich will trotzdem mal zur Höhle und zu gucken, was wir hier machen können. Habt wir hier noch was machen können in unserer Höhle? Ich weiß nicht mehr, wo die Höhle war, aber hier ist der Großpapa. Können wir den jetzt noch zu ihm? Da kommen wir jetzt quasi nicht mehr rein, ne? Wo war der Eingang? Hier? Nee, hier war der. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Okay. Müssen wir dann vielleicht doch wieder zum... Zum Haus zurück. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Wo muss ich denn hin? Hier. Ich bin noch nicht bereit, Mundau zu verlassen. Okay. Hier geht's einfach nur weg. Da hinten war der Ausgang. Da. Genau. Okay. Haben wir noch vollgeladen hier? Letzter Schuss. Letzter Schuss. Aussichtspunkt. Mensch, immer mal hier Höhle. Boah, war die zugeschüttet. Jetzt sind wir deswegen nicht mal reingekommen. Hier ist doch mal eine Höhle. Er ist hier. Ja, aber es ist da und jesele Leongepörrenfladen. Es ist jetzt krass. Ah. Es ist mein Ski, als Sayón-Schare-Vivelenz. Hahaha. Ah! 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 Ist der hier in diese Ecke gegangen? Okay, aber ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Wir müssen schon zur Kapelle, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Jetzt müssen wir runter ins Tal. Mein Opas Haus vorbei. Sollen wir noch was dem Opas Haus machen? Eine Tür gab es ja noch mal in das Haus. Diese hier. Aber die ist einfach immer zu. Keine Chance mehr. Und auch hier war ja nur das Gewehr. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder zur Tür rein. Wie sind schrecklich, diese Viecher. Komisch, dass das die eigene, die einzige Heugabe war. Okay, hier stehen sie alle Schlange. Alle gehen zur schwarzen Kirche. Und dann wird das Gewehr. Und dann wird das Gewehr. Oh nein! Giovannis Verrat, Stahlbrandgemähte, Florina in Ruhe lassen. Du bist nicht so gut, Giovanni hat mir geholfen. Gut. Du bist nicht so 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 gut. Du kannst es auch nochmals versuchen. Und ich mich zu suchen. Nein, Ruhe? Das ist nicht so gut. Du bist nicht so gut. Dich nicht so gut. Das verfluchte Symbol. Ja, das verfluchte Symbol. Ja. Und jetzt? Ich glaube, das Spiel hängt auch mal an. Hängt das Spiel jetzt oder muss ich irgendwas Besonderes machen? Irgendwas drücken. Ich hänge ja fest in diesem Zustand. Ja. Ja, kann ich nur letztes Laden sagen, ne? Ich habe ja irgendwie... Mal gucken. Also, meine Damen und Herren, es handelt sich wirklich um einen Bug, wie es scheint. Denn wir benötigen etwas, um in der Kirche weiterzukommen. Keine Ahnung, warum das gerade nicht ging. Ich bin hier selbst gekommen. Oder etwas neu. Ja. Das kann man immer пром enfants machen. Ich habe mich, wie es schief. Ich habe ja schon damit einen Ball, wie es schief. Ich habe ja schon gesagt. Aber ich bin kein Schief. Ich bin hier da. Ich bin hier da. Ich bin hier da. Ich habe ja auch gewisse. Aber ich bin hier. Wir brauchen nämlich das Kreuz. So. Das haben wir erhalten. Mann, Mann, Mann. Und dann können wir jetzt auch mit der Rutsche rutschen. Das ist jetzt auch okay. Deswegen hat er mal gesagt, ich muss noch was erledigen. Es ist natürlich blöd, dass du trotzdem auf die Art und Weise weiterkommst. Und dich dann in so einen Deadlock packen kannst, ne? So, jetzt rennt natürlich wieder die Stroh. Stroh. Strohgestalten hier rum. Aber die können mich mal. So. Versuchen wir es jetzt noch mal. Ob wir jetzt den Teufel besiegen können hier in Mundown. Ich mag ja die Musik. War auch sehr stark. Die Musik und die Sounds und alles. Ich meine, ich weiß nicht, ob es hier endet, aber ich gehe davon aus. Das müsste eigentlich nicht mehr allzu lange gehen. Was ehrlich gesagt ein bisschen schade ist. Das blablabla können wir überspringen jetzt. Das blablabla können wir überspringen jetzt. Oh, das ist eine große Maladie. Das ist ein Problem, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Lasst's weg! Ja... Aber du hast mir die Hände in meine Brache! Wer ist denn da? Ja... Aber du hast mir die Hände in meine Brache! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Das ist ein Schwerpunkt. Ich hab mich geholfen. Ich bin ein Schwerpunkt. Ich habe mich nicht genommen. Ich habe mich geholfen, Oh, das ist mir gar nicht offen, weil... Die Bastard-Korrupt! Die Bastard-Korrupt! Exakt! Habe ich noch die Laterne? Ich habe noch die Laterne. Los! Komm fort mit dir! Florina! Florina! Neu, neun, neun! Neu, neun, neun! Hat so für Florina keine... Oh, was hat sie da? Schnee... Habe ich... Okay... Was nun? Ich habe die Kirche gerettet. Ich bin von der Kapelle wieder hier in diese Hütte gekommen. Der Augenblick des Paktes. Ich bin von der Kapelle. Ich habe die Kirche gebrochen. 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 Okay, wir können jetzt die Vergangenheit beeinflussen. Die ganze Armee steht bereit. Raus können wir aber nicht. Hey, vielleicht hilft sie uns. Nein, oder er? Nicht unterschreiben, unterschreiben. Nein, wo soll der Schreiber? Ich bin d'accord, aber ich glaube, dass es das ist. Nein, lass uns vorbereiten unsere Defensivung. Wo ist Nars? Wo ist es, wo ist es, wo ist es, Bers? Weg ist er. Ich schau nach. Vielleicht sind es Pappfiguren. Ein Trick des Teufels. Von Anfang an. Sie werden kleiner. Es sind nur Schatten. Was zum Teufel. Das war von Anfang an. Muss ich jetzt hier weiter oder wieder zurück? Es war von Anfang an ein Trick. Es ist aber cool gemacht, dass die immer kleiner wurden. Da haben wir natürlich noch die Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Oh. Dankeschön. Alles nur ein Traum. Herausfinden, was passiert ist. Das soll übrigens ein Hochbett sein. Naja, so hoch ist es jetzt auch nicht. Kriege ich wenigstens Kaffee hier? Ja. Wahrscheinlich muss ich zum... Zum Pastor gehen, damit ich weiß, was hier passiert ist. Letzter Tag. Abgerahnte Scheune besuchen. Machen wir es mal. Der Jim weiß bei der Kapelle reden. Also, wir haben aber noch alles in unserem Inventar. Okay. Da oben ist der Berg. Wie es hier leuchtet. Die Scheune steht wieder. Weil nichts passiert ist. Weil der Vertrag nicht unterzeichnet hat. Also, wir sind hier, Corporal Walter. Wer bist du? Ich bin Kurdin. Wir sind in Tupai im Bunker. Nein, nicht im Bunker. Ich habe eine Information. Ah, seine Beerdigung. Ah, seine Beerdigung. Ach, das war doch der Großvater, als er jung war, ne? Äh. Hier ist nichts passiert. Okay. Können wir noch nach oben? Da waren noch diese... Da ist jetzt zu. Da waren diese Masken. War das hier? Hm. Alles war nur ein böser Traum. Sind unten, wo der Mowel ist, auch die abgebrannte Hütte nicht mehr? Was frage ich euch das? Wie sollt ihr das wissen? Der Mowel steht wieder, wo er stehen soll. Sehr schön. Oh, Florina. Nein, nicht Florina. Wie hieß sie denn nochmal? Agrata. Agrata oder so. Schön, dass wir sie streicheln können. Hm. Aber Florina suche ich auch noch. Ich hoffe, ihr geht es auch gut. Äh. Ne, da sollten wir nicht lang. Besser hier. Sonst brechen wir uns nur wieder das Gemick. Ach, der Schlitten. Ja, der war ja von Anfang an hier. Aber sonst gibt es hier nichts Neues. Gehen wir mal zur Kapelle. Wahrscheinlich wird jetzt der Opa beerdigt. Und der Pastor braucht dafür das Kreuz, das wir ihm dann bringen müssen. Gehen wir erstmal zur Kapelle. Gehen wir mal. Ich bin ein junger Mensch, ich bin schlecht, die Situation in Brüder zu verletzen. Was ist denn? Entschuldigung, ich habe dich verletzt, ich habe dich verletzt, die Sepultura zu retestet. Du hast du dich verletzt, was du mit dir gemacht hast. Was ist denn mit dir? Ich habe noch was für dich gehört. Ich bin kurios, bereit, beerdig und stammt. Okay. Da ist Großpapa. Friedlich. Radiofrequenz entdeckt. Ich hoffe, dass ich die Zeit, die Zeit, die endlich aufzunehmen kann. Ich hoffe, dass ich die Zeit, die endlich aufzunehmen kann. Ich habe immer noch nicht verstanden, was man jetzt mit dieser Radiofrequenz machen kann. Oder ist das einfach nur Collectible? Was für ein Achievement kriegen dafür? Gluck, gluck, gluck. Er trinkt sich erstmal ein. Okay. Achtung. Ja. Ja. Wenn sie in die Welt verletzen, sie sind in der ganzen Welt. Sie haben eine Friede, die der Welt. Sie sind in der Welt gegründet, und sie sind in der Welt. Ade, Herr Plevon. Sie sind mit dir. Sie sind mit dir, Herr. Sie sind mit dir in der Bucke. Was ist sie? Sie sind mit dir in der Welt. Gewehr auf den Dachboden deponieren. Optional. Wir machen das. Schweigt. Das ist ein sehr schweigsames Mädchen. Mundau mit dem Bus verlassen. Erstmal gehen wir zurück. Zurück und bringen das Gewehr zurück. Salud. 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 Ich weiß nicht, ob man jedes Mal Salud sagt. Aber das sollte es jetzt quasi gewesen sein. Wir können noch ein paar Ziegen schießen, bevor wir es zurücklegen. Aber es funktioniert noch. Wir können mal mit dem Mowel hier noch ein bisschen Heu fahren. Bin mal gespannt, ob es jetzt noch eine böse Wendung gibt. Oder ob wir einfach so friedlich hier Mundau verlassen können. Spielt vielleicht auch eine Rolle, wie wir uns entschieden haben. Ob wir gesagt haben, unterzeichnen den Vertrag oder unterzeichnen ihn nicht. Die Tür bleibt scheinbar ewig verschlossen. Ist jetzt unser Spiegelbild eigentlich wieder okay? Wer sieht so gelangweilt aus? Ist aber wieder alles okay. Okay, okay. Ey, ist auch der Schlitten. Gut. Dann fahren wir jetzt, würde ich sagen. Ich wüsste nicht, was wir sonst tun können. Und dann mit dem Bus verlassen. Ja gut, zwei Kaffee und ein Brot hätten wir noch finden können. Dann hätten wir das auf jeden Fall geschafft. Voll zu kriegen. Aber irgendwo wird aber sicherlich noch was versteckt sein. Keine Ahnung, wo der Kaffee sein könnte. Oder gewesen sein könnte. Hm. Leb wohl, Mundau. War ein schönes Spiel. Hey, der Maler. Da steht er wieder. Hallo. Er lebt auch noch. Klar, wir haben ihn ja gerettet. Wir haben ihn ja gerettet. Wir sind ja ein lieber Kerl gewesen. Mundau. Ich hoffe, er malt jetzt keine bösen Sachen mehr. Ja gut, aber dadurch, dass wir den Fluch aufgehoben haben, sind die alle natürlich auch nicht davon betroffen. Der Vertrag galt ja für alle quasi. Und deren Nachkommen. Deswegen, naja. Da ist der Bus. Da kommt er extra für uns. Der Fahrer sieht aus wie der Teufel. Ich hoffe, er ist es nicht. Da ist auch noch eine Hütte. Was? Davina? Ach Mann, wären wir doch in Mundauen geblieben. Florina, sie kann doch singen. Ein Spiel von Hidden Fiatz. Auf unbestimmte Zeit bleiben. Ja, Story, Grafik, Programmierung, Michael Ziegler, Sounddesign. Alles von einer Person außer Sounddesign. Und Musik auch von einer Person. Krass. Beratungsskript. Ja, liebe Leute, das war Mundauen. Mir hat's sehr gut gefallen. Mal was anderes, sehr erfrischend. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und ähm... Ja, guck mal. Walter, Voice in the Toilet. Und ähm... Ja, ich werd die Augen aufhalten, ob's so was vielleicht mal wieder gibt. Auf jeden Fall auch, ähm... Auf den Entwickler achten. Und ähm... Ich glaub, es gibt noch ein zweites Ende mindestens. Ich denke mal, wenn man dem Großvater sagt, dass er den Vertrag unterschreiben soll, dann wird man sicherlich noch ein anderes Ende erleben. Aber das könnt ihr dann selber rausfinden, das Spiel kaufen. Unterstützt den Entwickler oder die Entwickler. Ähm... Das wär wirklich super. Und ja... Ich lass jetzt den Abspann wieder laufen. Ich fand besonders gut, ähm... Dass diese... Also, das Sounddesign hat einfach immer super zu dem Grafikstil gepasst, fand ich. Und die Story war auch eigentlich immer spannend. Man wusste eigentlich... Wollte eigentlich immer wissen, wie's weitergeht, ne? So, deswegen sind jetzt auch die Parts wieder ein bisschen länger geworden, ne? Aber ich hab ja alles geschafft. Alles gut. So. Genau. Ich lass jetzt den Abspann noch laufen. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play auch wieder dabei. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.